Hallo und herzlich willkommen im Wald zum großen Waldjahresrückblick 2019. Hat ein bisschen gedauert, ich hatte diesmal jede Menge Daten zum Auswerten. Musste mir sehr viel Text, also ein paar hundert DIN A4 Seiten zumindest überfliegen. Und das heißt, das dauert ein bisschen. Und deswegen kommt er jetzt erst im eigentlich schon ein paar Tage vorangeschrittenen Januar. Habe ich letztes Jahr auch gemacht, vielleicht mag sich der eine oder andere erinnern. Also dem Jahresrückblick 2018 und grob, das habe ich jetzt auch schon mehrfach erzählt, aber ich sage es jetzt nochmal, weil hier passt jetzt gut hin, ist 2018 meine Quintessenz dessen, was ich erzählt habe, gewesen, okay, dieses Jahr gab es Schäden. Zum Teil große Schäden, zum Teil geht noch so. So, wenn 2019 nochmal ein mieses Jahr wird, dann wird 2019 gestorben. So, und leider, leider, leider wurde 2019 nochmal ein schlechtes Jahr und es wurde gestorben. Das ist einerseits schön, weil ich Recht hatte, das ist aber in jeder anderen Hinsicht leider überhaupt nicht schön. Und ich hätte auch darauf verzichten können, Recht zu haben, weil es wurde je nach Region massiv gestorben. Mal so ein grober Überblick. Wer ist denn glimpflich davon gekommen? Relativ glimpflich Baden-Württemberg. Vergleichsweise ja manche Regionen sogar recht, ziemlich, ziemlich glimpflich. Andere Regionen haben schon ordentlich was aufs Auge bekommen, aber verglichen mit manch anderer Ecke in Deutschland, eigentlich Baden-Württemberg recht gut dabei. Deutlich schlechter sieht es dann schon in Hessen aus, wenn man ein Stückchen nach Norden geht. Wenn wir ein Stückchen weiter nach Nordosten gehen, sieht es dann ganz schlecht relativ ziemlich duschter aus. Eben insbesondere, wenn wir nach Brandenburg gehen und Mecklenburg-Vorpommern, da sieht es auch nicht wirklich, Entschuldigung, wirklich viel besser aus. Interessant ist allerdings, dass wiederum Sachsen in seiner Ecke, in der es sitzt, mit den etwas höheren Meereshöhen und dem relativ mittelgebirgigen Charakter, den es da doch in großen Teilen des Bundeslandes gibt, dann wieder zwar enorme Trockenheit erlitten hat, aber sich die Schäden erstaunlicherweise doch eher in Grenzen halten. Und das trotz sehr, sehr gutem Monitoring besagter Schäden, wobei man eigentlich meinen sollte, gutes Monitoring ist gleich viele Schäden, weil dann entdeckt man sie auch alle. Es muss nicht zwingend so sein, wenn wir uns Brandenburg angucken und in dieser Hinsicht muss ich etwas nörgeln. Jedes Bundesland ist nämlich verpflichtet, einen Wahlzustandsbericht abzugeben, sehr gesetzlich. Ob der gut sein muss, das steht da nicht im Gesetz drin. Und Brandenburg hat zum Beispiel den, ist auch nicht so, das hat auch jemand geschrieben, der sich auskennt, aber derjenige, der das schreiben konnte, konnte nur auf die Daten zurückgreifen, die da halt eben das Land bereit ist zu erheben, beziehungsweise erheben zu lassen. Und da muss man ganz klar sagen, Brandenburg hat den miesesten Waldzustandsbericht, den ich jetzt gefunden habe. Wobei man auch sagen muss, von Thüringen habe ich gar keinen gefunden. Ums Verrecken bei allem suchen, keinen Waldzustandsbericht von Thüringen zu kriegen. Vielleicht ist der noch nicht fertig, ich weiß es nicht. Ja, Brandenburg hat also sehr, sehr, sehr gelitten. Wenn man den Zahlen glauben darf, was man nur zu einem gewissen Teil darf. Aber nach dem, was man da gesehen hat, wenn man mal da in der Region unterwegs war, da wird da schon viel Wahres dran sein. Und auch eben die Wetterkarten, ich habe ja auch den Wetterbericht verfolgt, letztes Jahr immer fleißig, stimmen damit überein, dass da wahrscheinlich wirklich in der Ecke Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern natürlich wirklich sehr, 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 sehr trocken gewesen ist. Das ist noch mal viel, viel, viel trockener als zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg. Und auch glimpflich davon gekommen, aus anderen Gründen, gar nicht, weil die klimatische Situation so viel besser gewesen wäre als woanders, sondern weil sie den passenden Wald für, ja, einen anpassungsfähigen Wald, das so müssen wir es nennen, haben, ist das Saarland, was den Wald angeht, derzeit so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Weil man da schon seit langer Zeit vieles, sehr, sehr vieles, alles will ich nicht sagen, das geht nicht, kann man ja nicht, kann man nicht behaupten. Ja, das auch schon allein schon aus politischen Gründen nicht. Aber sehr, sehr vieles richtig machen. Und das merkt man bei der trotzdem recht angespannten Klimasituation, bei den noch verhältnismäßig guten Werten der Bäume im Saarland. So, auch gut weggekommen ist Schleswig-Holstein. Das liegt daran, dass die aufgrund ihrer Lage zwischen zwei Meeren doch immer noch eine gewisse Luftfeuchtigkeit abbekommen, auch wenn es sehr, sehr trocken ist und gerade sehr warm ist. Dann verdunstet natürlich auch ein wenig mehr Nordsee beziehungsweise Ostsee, das allerdings keine so große Rolle spielt, eher untergeordnet bis gar keine. Aber nichtsdestotrotz kommt da dann schon noch ein bisschen was an. Ein bisschen was. Außerdem sind es die Wälder da oben sowieso gewöhnt, dass es trocken ist. Das führt natürlich auch dazu, dass man da nur Baumarten hingestellt hat, die trockenresistent sind. Und das wiederum ist selbstverständlich praktisch, wenn es dann noch trockener wird. Aber grob können wir sagen, die Situation ist so eine Linie des Schlimmerwerdens von Südwesten nach Nordosten. Ja, so ungefähr durchs Land. Und selbstverständlich spielt für diese Tatsachen überhaupt keine Rolle, welches Bundesland wohin gehört, wer da jeweils an der Macht und sonst was ist. Und ob es jetzt nun Ost- oder Westdeutschland oder was weiß ich was ist, ist scheißegal. Das ist dem Wetter Wurst, dem Klima Wurst und dem Zustand der Wälder nicht ganz Wurst. Da gibt es schon einen gewissen Einfluss, weil die BRD, die damalige, die Wälder ein bisschen anders bewirtschaftet hat als die damalige DDR. Und das spielt auch heute noch für die Situation im Wald schon eine gewisse Rolle. Völlig unabhängig von irgendwelcher Politik ist das halt einfach so, Tatsache. So, wie ich ja gesagt hatte, dieses Jahr wird gestorben. Und dieses Jahr ist tatsächlich gestorben worden. Und zum Einstieg hätte ich hier mal eine Grafik. Ich habe hier diverse Papierchen mit Grafiken mitgebracht. Die kann man schon gesehen haben, wenn man aufmerksam meinen Kanal verfolgt. Das hier ist die Absterberate in Baden-Württemberg. So, und da es Leute gibt, die vielleicht mit solchen Grafiken nicht allzu viel anfangen können, will ich die diesmal noch ein bisschen genauer erläutern, als ich das letztes Mal getan habe. Das war vielleicht ein bisschen zu sehr für das Fachpublikum. Und deshalb jetzt nochmal etwas ausführlich. Was wir hier sehen, ist in der Mitte die durchgehende relativ dicke schwarze Linie. Das ist die durchschnittliche Absterberate im Mittel. Also über die ganze Zeit, die man das untersucht hat. Und da stellen wir jetzt also fest, wenn unsere grüne Balken in dem jeweiligen Jahr, hier unten seht ihr die Jahre aufgetragen, quasi auf der schwarzen Linie ist, dann haben wir genau die durchschnittliche Absterberate. Die beträgt irgendwie sowas 0,4. Irgendwie so. Das bedeutet, was ist eine Absterberate von 0,4? Heißt das, wenn du 2017 hingehst und Bäume markierst und 2018 nochmal hingehst und die gleichen Bäume nochmal untersuchst, dann sind von denen 0,4% abgestorben. Also von 1000 Bäumen 4 Stück. So, ich hoffe, das ist anschaulich. Das ist die durchschnittliche Absterberate. Die hat jetzt im Lauf der Jahre, was steht hier, 2005 bis 2019 geschwankt. Gerade hier so im Bereich dieser Jahre hatten wir immer eine unterdurchschnittliche Absterberate. Da ging es vom Sterben her den Wäldern eigentlich recht gut. 2018 ist auch nichts zusätzliches gestorben. Da war es ziemlich durchschnittlich und das hat mich auch nicht gewundert, weil ich ja genau gesagt habe, gestorben wird nächstes Jahr. So, und hier sehen wir jetzt wunderbar, wie sehr ich recht hatte, weil so sehr gestorben wie dieses Jahr wurde noch nie. Jedenfalls noch nie seit 2005. Und in manchen Bundesländern, vielleicht nicht zwingend in Baden-Württemberg, aber es ist einfach eine eindrucksvolle Grafik, ist wirklich so viel gestorben worden wie noch nie. Die krasseste Zahl, die ich gefunden habe, die bietet uns Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hat stabile Kiefernbestände, die fast nur minimal zusätzlich gelitten haben, außer im Süden vom Land. Da gibt es auch Kiefernbestände, die komplett zusammengebrochen sind. Sachsen-Anhalt hatte auch ein paar Waldbrände. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man jetzt mal die Waldbrände außen vor lässt, haben die Kiefern sich eigentlich gut gehalten. Und die haben viele Kiefern. Was sie nicht viel haben, ist Fichte. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, dass ein hoher Anteil toter Fichten bei eh schon vorhandenen nicht so viel Fichten im Grunde keine allzu riesige Waldfläche darstellt. Aber nichtsdestotrotz, lasst durch folgende Zahl bitte mal auf der geistigen Zunge zergehen. 15% tote Fichten. Von 2018 bis 2019. 15%. Das ist die Rekordzahl der ganzen Bundesrepublik. Das sieht man vor allen Dingen im Harz. Und ich habe zu diesem Zwecke, also dem Sachsen-Anhalt Teil vom Harz, im Rest vom Harz sieht es auch nicht viel besser aus. Also der Harz schert sich einen Scheiß um Landesgrenzen. Aber ich habe zu diesem Zwecke mir auch mal noch ein paar Dokus angeschaut von Harzern, die sich eben entsprechend beschweren über den Nationalpark, der gefühlt nur noch aus toten Bäumen besteht. Der hatte vorher schon recht viele tote Bäume. Aber jetzt sieht er halt teilweise manchen Flächen, also Drohnenaufnahmen haben sie da auch gezeigt, sieht wirklich verheerend aus. Das mag den Ökologen nicht weiter stören. Das ist ja auch schön und gut und völlig in Ordnung so. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn man sich so ein bisschen in die ansässige Bevölkerung versetzt, die ja vom Tourismus im Harz zum Teil leben, zu großen Teilen sogar, das ist so einer der Wirtschaftsfaktoren, gerade wenn man direkt neben dem Nationalpark wohnt, dass die jetzt massiv Angst haben, dass die Leute ausbleiben, weil die keinen Bock haben, tagelang nur in toten Fichten rumzulaufen. Und es ist wirklich erschreckend, wie viele zusätzliche Fichten abgestorben sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und diese 15% bedeutet auch 15% des gesamten Fichtenwaldes von Sachsen-Anhalt ist innerhalb von einem Jahr gestorben. Angenommen, das geht so weiter, dann hat Sachsen-Anhalt in 5 bis 6 Jahren keinen Fichtenwald mehr. So, und da in diesem Punkt, nicht bei allen Situationen, nicht in jedem Bundesland, nicht in jeder Region, aber an dieser Stelle können wir dann definitiv, und da ist es auch keine Panikmache, sagen, Waldsterben 2.0. An dieser Stelle, auf jeden Fall, hundertprozentig, das ist so. Das ist sogar ein Waldsterben 3.0 oder sonst wie und so schlimm, so viele Bäume durch, was anderes als ein Sturm, haben wir noch nie, vor allen Dingen so einen Anteil, noch nie irgendwo verloren in der Bundesrepublik, soweit ich irgendwie Zahlen dazu gefunden habe. Mag sein, dass das vielleicht im Rahmen des Schwefeldioxid-Waldsterbens, was man so genannt hat, auch mal hier und da vielleicht irgendwo vorgekommen ist. Vielleicht, in ähnlichen Größenordnungen, ja. Aber ob es so krass gewesen ist, das weiß ich nicht. Und es fehlen zum Teil natürlich auch einfach die Zahlen, und die sind auch nie wirklich vergleichbar. Aber es ist schon gravierend. An dieser Stelle, kurzer Werbeblock, deswegen mache ich da dann jetzt dieses Jahr dann auch noch ein paar Führungen, genau in der Region. Ich wollte sowieso in Sachsen-Anhalt Führung machen. Sachsen-Anhalt ist vom Waldrecht sehr konform mit Waldführung. Das spart mir einen Haufen Verwaltungsaufwand. Und das ist gut, weil ich mag keinen Verwaltungsaufwand. Und deswegen werden wir uns, wer mitkommen möchte, das im Laufe des Jahres auch angucken gehen. Wer Lust hat. So, Werbeblock zu Ende. Gut, das jetzt einfach mal so als Einstieg. Jetzt machen wir das Ganze ein kleines bisschen strukturierter und gucken uns mal spaßeshalber einfach mal Sachsen an. Ich habe ein paar Bundesländer rausgesucht, die da wären ganz kurz Niedersachsen, recht ausführlich Sachsen, recht ausführlich Hessen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, so ein bisschen. Baden-Württemberg hatten wir schon mal besprochen, deswegen lasse ich das ein bisschen außen vor. Wir machen noch einen Blick ins Saarland und lassen Bayern leider auch mal außen vor, weil das ist ein Fass, oh, wenn man das aufmacht, oh, da ist man beschäftigt. Bayern hat hervorragende forstwissenschaftliche Forschung, deswegen gibt es da Zahlen, 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 Zahlen. Und vielleicht machen wir mal Bayern irgendwann extra, aber vorläufig beschäftigen wir uns mal mit den, ja, ich will nicht sagen unbedeutenderen, aber vielleicht nicht mit den super, super prominenten Bundesländern. Gut, und jetzt muss ich kurz denken und dann geht es weiter. So, bevor wir jetzt direkt mit Sachsen loslegen, noch zwei Zahlen, die man für die jeweiligen Bundesländer so ein bisschen als Indikator nehmen kann, um zu sagen, wie die jeweiligen Bundesländer denn jetzt nun dastehen, wie die Schäden im Vergleich gewesen sind. Und ich sage da natürlich am Schluss auch noch was dazu, wie diese Schäden insgesamt zu werten sind. Ist das nun eine hohe Zahl oder ist das keine hohe Zahl? Wenn ich euch jetzt sage, Absterberate 2%, ist das viel, ist das wenig? Weiß man ja so erstmal jetzt nicht. Ist das gut, ist das schlecht? Aber folgende Zahlen. Erstens, wichtig für die jeweiligen Bundesländer ist der durchschnittliche Laub- beziehungsweise Nadelverlust. Das hängt davon ab, ob es sich jeweils um einen Laub- oder Nadelbaum handelt. Der durchschnittliche über alle Baumarten hinweg ist natürlich sowohl als auch. Und der liegt so ganz, ganz in groben Zügen zwischen, je nach Bundesland, zwischen 23 und fast 30 Prozent. So in diesen Größenordnungen. Von mir aus auch zwischen 22 und fast 30 Prozent. Interessant ist jetzt, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, dass in den Waldzustandsberichten, die so die primäre Quelle für jedes Jahr sind, wenn man ungefähr wissen will, wie es dem Wald geht, da gibt es eigentlich wenig Besseres als eben diese Papierchen, die gesetzlich vorgeschrieben eben jedes Jahr erstellt werden müssen von jedem Bundesland. Da gibt es politisch gesehen auch noch die Möglichkeit, gar nicht den durchschnittlichen Nadellaubverlust anzugeben, sondern da gibt es auch noch Stufen, in denen das gerne angegeben wird. Und wenn ihr Zeitung lest, online, Papier, Wurscht, irgendwie sowas, oder eben entsprechend Nachrichten guckt, dann werdet ihr Schlagzeilen hören, nur noch jeder zehnte Baum ist gesund, nur noch jeder vierte Baum ist gesund, nur noch jeder fünfte Baum ist gesund, irgendwie sowas. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht irgendwo zwischen sehr schwierig formuliert und Quatsch. Weil dieser Wert, wann ein Baum gesund ist, geht davon aus, dass der weniger als 10% Nadelverlust hat. Also eine unglaublich dicht belaubte beziehungsweise benadelte Krone. Es gibt Bäume, die wachsen wie Sau und sind rein von dieser Klassifizierung, wie viel Nadelverlust dürfen die haben, um gesund zu sein, krank. Und die wachsen trotzdem wie Sau. Und deswegen darf man sehr stark bezweifeln, ob der Nadelverlust allein wirklich ein Kriterium für einen gesunden Baum ist. Weil wenn der nicht gesund wäre, obwohl er 30% Nadelverlust hat, dann würde der auch nicht wachsen wie Sau. Hohes Wachstum ist immer ein Zeichen für Vitalität, selbstverständlich. Deswegen ist dieser Nadelverlustwert allein, wenn man sich sonst nichts weiter anguckt, nicht sehr aussagekräftig. Interessant wird der allerdings deswegen, weil wir diesen Nadelverlustwert schon seit 1984 beobachten. Das heißt, wir haben da etwas 35 Jahre Erfahrung jetzt im Nadelverlust angucken. In den alten Bundesländern, sage ich jetzt mal. Weil als es ja noch die DDR gab, hat man logischerweise in den ersten Jahren, wo das in Westdeutschland gemacht worden ist, ist es im Osten nicht auch gleich noch gemacht. Und deswegen fehlen da teilweise Daten. Aber grundsätzlich haben wir theoretisch 35 Jahre. Wir können uns die Entwicklung dieses Wertes anschauen. Und viel wichtiger und wirkungsvoller als dieser Wert an sich, ist die Tatsache, dass der immer schlechter wird, netto, seit 1992. Nee, Entschuldigung. Es kommt ein bisschen aus dem Bundesland an. Aber in vielen Bundesländern ist zum Beispiel dieses Jahr der schlechteste Wert erreicht seit 1995. Oder seit 1992. Im Fall von Sachsen, Entschuldigung, der schlechteste Wert seit 1991. Und 6% über dem langjährigen Mittel. Denn Sachsen hat einen durchschnittlichen Nadelverlust von 23,3%. Ich sage in Zukunft immer Nadelverlust, auch wenn ich auch Laubverlust meine. Nur, dass ich das nicht jedes Mal so kompliziert ausdrücken muss. Das ist am unteren Ende der Skala. Wie ich ja eben noch erzählt hatte, sind wir so zwischen 23, 22 und fast 30 durchschnittlich. Also so gesehen ist Sachsen eigentlich ganz gut weggekommen. Eigentlich. Aber trotzdem klagt man in Sachsen ganz außerordentlich. Und das ist auch völlig zu Recht, weil vieles sehr, sehr, sehr viel schlechter geworden ist. Aber dieser Wert an sich, der ist eigentlich sehr gut. Da hat das Saarland keinen besseren. Und das Saarland ist vergleichsweise sehr gut davon gekommen. Und im Saarland klagt man vergleichsweise wenig. Und damit will ich einfach nur darauf hinaus, dass man mit diesen Zahlen an sich allein erstmal vorsichtig sein muss. Und man braucht Zeit und ein bisschen Hintergrundwissen, um die ganze Sache komplett zu durchschauen. Oder man hat mich. Uh, Arroganz. So. Ja, das Problem ist halt einfach. Durchschnittlicher Nadelverlust ist zwar super vergleichbar, je nach Bundesland und so weiter. Und auch im Laufe der Zeit schön vergleichbar. Aber ein durchschnittlicher Nadelverlust kann halt so sein, das ist immer so mit Durchschnittswerten. Schönes Beispiel. Einmal links einen Meter am Hasen vorbeigeschossen. Einmal rechts einen Meter am Hasen vorbeigeschossen. Im Durchschnitt ist der Hase tot. Ja. Das heißt, wir können 21% durchschnittlichen Laubverlust, Nadelverlust kriegen mit einer Ecke, die komplett abgestorben ist quasi, wo die Bäume so gut wie tot sind und alle 90% Nadelverlust haben. Und der Rest des Waldes ist tiptop in Ordnung und völlig ungeschädigt. Ja. Dann haben wir im Bundesland trotzdem einen Durchschnittswert von 23%, der in keinster Weise den Gesamtzustand des Bundeslandes überhaupt widerspiegelt. Und deswegen ist das schwierig. Das Gleiche gilt aber auch, wenn wir das einteilen in Schadstufen und sagen, 20% aller untersuchten Bäume sind gesund. 35% aller untersuchten Bäume haben leichte Schäden und was ist noch übrig? 45%, glaube ich, aller untersuchten Bäume haben starke Schäden. So. Und das ist allein deswegen blöd. Dazu eine Grafik. Weil hier sehen wir die Einteilung der Schadstufen. Grün, gelb, orange oder rot. Je nachdem, wie man will. Und der Kack ist jetzt folgender. Deswegen sind diese Berichte sehr kritisch zu betrachten. Die grüne Stufe ist super schmal. Also ein Baum hat nur ganz wenig Spielraum, um noch in der grünen Stufe, noch im Gesunden unterzukommen. Ein Baum hat auch vergleichsweise sehr wenig Spielraum, um noch im Laichgeschädigten unterzukommen. Also ist es naturgemäß so, wenn über zwei Drittel der gesamten Skala eine Sache sind, dann sind da natürlich viele Bäume drin. Allein schon, weil das die größte Kategorie ist. Die Chance, da reinzufallen, bei einer theoretischen Gleichverteilung, die nicht existiert, ist logischerweise hoch. Während die Chance, per Zufall, allein im gesunden Bereich zu landen, quasi nicht existent ist. Und das spielt eine Rolle. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Prozentangaben der Bäume, die im jeweiligen Bereich sind. Die Kurve bewegt sich von, hier sind die gesunden Bäume, also hier gesund. Und je weiter wir rüber gehen, desto kränker, 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 kränker tot. Da, wo das Ding nochmal einen Anstieg macht. Das ist kein Zufall. So. Und jetzt sehen wir, wir haben hier, je höher die Kurve im jeweiligen Bereich ist, desto mehr Bäume sind gerade momentan in, was ist denn das? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen nur als Beispiel. In dem Bereich. So. Und da sehen wir, wir haben gar nicht so viele Bäume im gesunden Bereich. Das sind nicht viele. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, dieser Wert. Wir haben recht viele Bäume, insbesondere hier einen deutlichen Anstieg der Bäume, die im gelben Bereich, also in der sogenannten Vorwarnstufe, sich befinden. Nach modernen biologischen Erkenntnissen, geht es denen besonders schlecht? Nein. Wirklich nicht. Also muss man sich um die jetzt akut super, furchtbar Sorgen machen? Nein. Die können noch tipptopp wachsen. Kann auch sein, dass die überhaupt keine Beeinträchtigung in irgendwas zeigen. Aber man hat das halt mal so definiert vor. Ne? Oder ja, damals. Genau, damals. Also ich will ja nicht sagen, dass die Leute damals Idioten gewesen sind. Aber heutzutage weiß man halt noch mehr. Das ist immer so mit der Wissenschaft. Je älter ein Verfahren ist und seitdem nicht aktualisiert worden, desto eher muss man mit neuen Erkenntnissen damit rechnen, dass dieses Verfahren heutzutage verbessert werden könnte. Und das ist zum Beispiel jetzt der Fall. So, und jetzt haben wir hier noch recht viele Bäume am Anfang, ja, am Anfang des Bereichs, wo die Schäden deutlicher werden. Am Anfang. Wenn wir uns jetzt aber die Politik anhören, Radio, Fernsehen, Zeitung, was auch immer, dann sagen die nur, keine Ahnung, 54% aller Bäume sind schwer geschädigt. Und damit fassen sie alles hier in dem orangenen Bereich zusammen. Ja, und das ist Quatsch. Weil es ist nämlich eben nicht egal, ob wir von diesen, sagen wir mal, 45% Bäumen, die hier schwer geschädigt sind, fast alle in diesem Bereich haben. Also gerade so schwer geschädigt. Oder ob die alle gleich hier hinten sind und quasi tot. Weil etwa hier, wenn wir jetzt hier eine Linie ziehen würden, da ist ungefähr der Bereich, wo man sagen muss, wenn der Baum da ist, dann ist er wahrscheinlich tot. Nur pfeift er noch ein bisschen aus dem letzten Loch, sozusagen. So, und das ist eben entscheidend. Und so sollte man es eigentlich darstellen. Tut man aber nicht. Wie man es darstellt, ist, zum Beispiel diese blöde Grafik. Und die sagt uns nur, wir haben zum Beispiel im Jahr 1991 33% gesunde Bäume, wir haben 44% Vorwarnstufe und wir haben nur 24% geschädigte Bäume. Jetzt gehen wir von 1991 rüber bis 2019 und hier haben wir noch 4% gesunde Bäume. Batzen Vorwarnstufe 32 und 62% schwer geschädigt. Ja, geschädigt bis schwer geschädigt. Außerdem, irgendwas scheint hier nicht so ganz zu stimmen. Das ist eine Brandenburger Statistik. Die kann ja so, naja, so gut es halt geht, haben sie das gemacht, aber die ist mit Vorsicht zu genießen. Aber das ist so die Standarddarstellung, ja, dieses bunte Papierchen. Im jeweiligen Land kann man jeweils ablesen, wie haben sich die jeweiligen Balken, die jeweiligen Farbenanteilen am Gesamtbalken, der immer die Gesamtheit aller Bäume darstellt, im Bundesland Brandenburg in diesem Fall, wie haben sich die im Laufe der Zeit entwickelt. So, also, haben wir jetzt gehört, in den Nachrichten, dass wir im Land, egal wo, nur noch 10% gesunde Bäume haben. Dann kann uns das nicht komplett am Hintern vorbeigehen, aber das ist nicht so wichtig. Haben wir gehört, wir haben 50% schwer geschädigte Bäume. Dann müssen wir halt differenzieren und uns irgendwie versuchen, so eine Grafik rauszusuchen. Und das ist übrigens schwierig, weil die habe ich eigentlich fast nur in Nordrhein-Westfalen gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein anderes Bundesland eine so schöne, so aussagekräftige Grafik auch gehabt hat, wo man genau sehen kann, dass der Durchschnittsbaum, ja, wobei das natürlich auch der durchschnittliche Nadelverlust aussagt, dieser Wert von zum Beispiel in Sachsen 23%, 22,5, irgendwie sowas, der gibt uns halt an, hier sind die meisten Bäume in diesem Bereich. Und das ist längst nicht so dramatisch, wie sich 60 oder 70% geschädigte Bäume anhört. Es ist also Politik. Es ist massiv Politik, was da in den Medien so berichtet wird. Und deswegen musste ich halt ein paar hundert Seiten lesen, damit ich halt lesen kann, was wirklich der Fall ist. Ja, und nicht nur das, was sich die lieben Journalisten rauspicken. Jetzt will ich denen auch gar keinen Vorwurf machen. Eine gewisse Panikmache, wenn man das so nennen möchte, ist ja gar nicht doof. Ja, dass die Leute ein bisschen mehr auf den Wald aufpassen, ist durchaus in meinem Sinne. Und dass man sich mehr Sorgen um den Wald macht, da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Ganz ehrlich, da finde ich gut. Also, so gesehen will ich mich da überhaupt nicht beschweren. Aber, für die wissenschaftlich Interessierten unter uns, aber wiederum, nicht jeder Bundesbürger hat Lust, sich, keine Ahnung, wie lange dieses Video wird, so intensiv mit der Thematik zu beschäftigen und außerdem mir zuzuhören. Ich bin ja auch nicht massentauglich, um dann wirklich intensiv rauszufinden, was denn Sache ist. Also, gut, so viel jetzt erstmal zu der Politik und was diese Zahlen jeweils aussagen und wieso wir sie mit Vorsicht genießen müssen. Jetzt hatte ich gesagt, die Sache mit dem Nadelverlust, dem durchschnittlichen und den jeweiligen Stufen, das ist die eine Seite, der Medaille hier. Die andere ist die Absterberate. Hierzu nochmal Baden-Württemberg. Und auch wenn der Nadelverlust immer schlimmer geworden ist, ist ja im gleichen Zeitraum, wo der Nadelverlust immer schlimmer geworden ist, sind die Zuwächse der Bäume eigentlich besser geworden. Also alles wächst schneller, hat zwar weniger Nadeln, aber wächst schneller. Da kann irgendwas nicht stimmen. Das allein kann also nicht den Gesundheitszustand des Waldes widerspiegeln. Was es aber sehr wohl den Gesundheitszustand des Waldes widerspiegelt und was ein tipptopp Wert ist, ist tote Bäume pro Jahr. Weil wir das auch nämlich seit 1984 beobachten. Und wenn die toten Bäume pro Jahr plötzlich so ein Balken sind, wo sie bisher doch nur so kleine Balken und auch Balken ins Negative gewesen sind, dann muss einem das Angst machen. Das hier ist Baden-Württemberg. Das bedeutet, der Balken hier 200% Erhöhung vom normalen Durchschnittswert. Der hat sich also ja plus 200% heißt, der liegt jetzt bei 1,2 statt bei 0,4. So irgendwie sowas um den Dreh. 1,2% aller Bäume Baden-Württembergs sind statistisch von 2018 auf 2019 gestorben. Und jetzt müsst ihr mal selber überlegen, ist das eine große Zahl? Ja, das ist verdammt nochmal eine große Zahl, weil das bedeutet, in 80 Jahren wäre der Wald weg, wenn das so weitergeht. Und Forstwirtschaft ist da gar nicht mit eingerechnet. Gestorben durch natürliche Ursache. Nicht entnommen wegen wir haben Holz gebraucht. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Während wiederum Werte um 0,4% das ist natürlich abzupuffern damit, dass natürlich auch neue Bäume nachwachsen. Ja, und wenn ich jetzt sage, in 80 Jahren wäre der Wald weg, dann gilt das selbstverständlich auch nur dann, wenn wir davon ausgehen, dass keine neuen Bäume nachwachsen. Das tun sie ja. Aber nichtsdestotrotz, kein Baum würde, also wenn wir jetzt einen Baum pflanzen, ist der durchschnittlich in 80 Jahren gestorben. Das heißt, es gibt gar keine alten Bäume mehr. Und das bedeutet auch, und das ist auch wiederum erschreckend, gleichzeitig, wenn wir uns so eine Grafik angucken, wie diese hier, da sehen wir Schäden bei den jungen Bäumen, hier unten einzuordnen. Die sind vergleichsweise gering. Da sind wir dieses Jahr bei, das ist auch wieder Baden-Württemberg, bei rund 20 Prozent Nadelverlust, durchschnittlicher. Die rote Linie, das ist der Gesamtnadelverlust alle Bäume Baden-Württembergs. Und da sind wir bei, ich meine irgendwas, 27,5 Prozent wird es gewesen sein. So, und jetzt gucken wir uns nur die älteren Bäume, Bäume über 80 an oder über 70. Moment, wo steht es? Äh, bis, ah, ab 60. Ja, ich glaube, ab 60. Und da sehen wir noch schlimmer. Ja, also prozentual, statistisch, und das ist in jedem Bundesland so, haben die alten Bäume deutlich mehr gelitten als die jungen Bäume. Das ist dahingehend gut, dass die jungen Bäume weiterhin weiterleben können. Ja, und dass die jungen Bäume die Trockenheit schon irgendwo verstehen, überstehen, weil, wenn man forstlich denkt, dann muss man sich klar machen, was ist das Wichtigste im Wald? Die alte dicke Buche? Die alte dicke Eiche? Nee, die Verjüngung. Weil wenn die Verjüngung nicht mehr passt, dann magst du noch alte dicke Eichen haben, aber wenn die dann auch mal in 100 Jahren das Zeitliche segnen, dann ist der Wald weg, weil da kommt nichts mehr nach. Und so gesehen ist es ein bisschen wie bei uns, wie ich finde, wie wir als Gesellschaft denken sollten und zuerst mal über unsere Verjüngung nachdenken, sprich, was bringen wir unserem Nachwuchs bei, was wird aus unserem Nachwuchs werden, wenn unser Nachwuchs mal groß ist, anstatt mehr drüber nachzudenken, was mit uns noch so ist. Weil wir sind, weiß nicht, wie alt ihr seid, geneigte Zuschauer, aber ich bin schätzungsweise bei der aktuellen Demografie und meinem Lebenswandel in 70 Jahren weg. Na, eher 60. Cola, 55. So, um den Dreh. Aber danach geht es ja vielleicht noch weiter. Ja, vielleicht, muss man heutzutage sagen. Aber gut, das ist persönliche Meinung. Und da sollte man sich mehr Gedanken machen. Und deswegen ist es einerseits gut, dass die jungen Bäume besser dastehen als der Durchschnitt. Es ist aber wiederum auch wirklich beunruhigend, wenn wir gar keine alten Bäume mehr kriegen. Wenn wir Bäume gar nicht alt werden lassen können, was der Naturschutz dauernd fordert. Wir müssen die Bäume alt werden lassen. Und jetzt stellen wir fest, ja gut, aber von den alten Bäumen stirbt jedes Jahr 1,5%. Und das in Baden-Württemberg. Und das ist ein guter Wert, wie gesagt. Von den alten Fichten in Sachsen-Anhalt sterben jedes Jahr 15%. Wenn das so weitergeht. Ja, davon braucht man nicht ausgehen. Aber ich möchte jetzt wirklich nur mal ein bisschen die Sensibilität etwas wachrütteln. Also, Sachsen. An Sachsen können wir uns mal ganz gut angucken, wie das eigentlich mit der Klimasituation gewesen ist. Machen wir mal Beispiel Sachsen. Gucken wir uns dann mal so ein bisschen den Durchschnitt der Gesamtbundesrepublik an. Hydrologisch endete das Jahr 2018 im Oktober. Man guckt sich immer für das hydrologische Jahr quasi Oktober bis Oktober an. Das liegt daran, dass man dann die Niederschläge, die im Winter den Boden-Wasserspeicher auffüllen, drin hat. und dann die komplette Vegetationsperiode, die im Regelfall, nicht im Regelfall, aber oft, mehr Wasser verbraucht, als dass sie nachfüllt. Und dann kriegt man halt einen besseren Blick über die hydrologische Situation von Oktober bis Oktober als von Januar bis Dezember. Also, da ist das Kalenderjahr nicht optimal. Und deswegen das hydrologische Jahr. Zumindest, soweit ich weiß. Wenn ein Hydrologe anwesend ist und möchte dazu was sagen, bitte gerne in den Kommentaren, da freue ich mich sehr. Und in Sachsen hatten wir im Oktober 2018 ein Wasserdefizit, also fehlender Niederschlag, der normalerweise in einem durchschnittlichen Jahr hätte fallen sollen, von 285 Millimetern. Das sind fast 300. Das ist extrem viel. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. 300 Milliliter Niederschlag mehr oder weniger können zum Beispiel sehr wohl unterscheiden ob du in einer Wüste wohnst, in einer wahnsinnig wüstigen Wüste, so Zentralsahara oder am Kaiserstuhl. Ja, also ungefähr in diesem Bereich, das machen 300 Milliliter aus im Jahr. Es ist dann egal, ob du 2300 oder nur 2000 hast, nur 2000 in Anführungszeichen. Da wäre ein Unterschied wie Schottland, Ost- und Westküste beispielsweise. Gibt es da nennenswert unterschiedliche Vegetationen? Nee, weil wenn so viel regnet, dann ist ein bisschen mehr Regen gefühlt, ist dann egal. Aber am unteren Ende der Skala ist das ein riesen bedeutender Unterschied. Gut, also das hat gefehlt. Damit ist man ins Jahr 2019 gestartet. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, so ein Defizit an Niederschlag bedeutet nicht nur, das Wasser ist im Grundwasser nicht mehr da, da ist der Grundwasserspiegel deutlich gesunken, sondern das bedeutet auch, dass die Böden derart ausgedörrt sind, dass die regelrecht austrocknen und wenn sie sich austrocknen, dann schrumpfen die, die ziehen sich zusammen. Das bedeutet, die ganzen Poren, die in einem natürlichen Boden drin sind, hier hinter mir, da Boden, ganz viele Poren drin, das bedeutet, diese Poren ziehen sich auch zusammen und normalerweise, wenn es draufregnet, fließt das Wasser in die Poren und fließt durch die Poren langsam nach unten. Die Pflanzen können sich mit ihren Wurzeln noch was rausholen und ein Großteil vom Wasser landet je nach Intensität des Regens dann irgendwann im Grundwasser und füllt dieses wieder auf. So, wenn jetzt aber diese Poren total zugestopft sind und total eng zusammengezurrt, dann muss der Boden ganz langsam beregnet werden, braucht langsam und lange anhaltenden Niederschlag, damit er ganz langsam von oben bis unten durchnässen kann und erst bei diesem Durchnässungsprozess gehen die Poren langsam wieder auf, die dann einen schnelleren Wassertransport ermöglichen. So, ist der Boden also vollkommen ausgetrocknet und jetzt regnet es, dann bringt das erstmal nichts, weil der kann ja kein Wasser aufnehmen. Und wenn der Regen, der jetzt kommt, nicht etwa ein langanhaltender Landregen von drei Wochen Pisswetter ist, wo es jeden Tag gefühlt acht, neun, zehn Stunden regnet, schön verteilt, dann würde der Boden nach und nach eben entsprechend wieder aufquellen und könnte das Wasser spätestens ab einer Woche ungefähr, Dauerregen kann das dann auch wieder aufnehmen und dann geht das wieder runter und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber das ist eben nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass man im Juli, Juni, Juni, Juli, Moment, steht hier nicht. Juni oder Juli hatte man Starkregenereignisse. Also es kam schon enorme Mengen Niederschlag runter. Man hätte mit diesem Niederschlag problemlos erstmal jede Menge Bäume versorgen können. Der Wald wäre gerettet gewesen vom Niederschlagsfaktor her. Hätte sich super erholen können und es wäre nicht zu einem weiteren Dürrejahr gekommen, wenn nicht 2018 die Böden so ausgedorrt hätte. Übrigens ist im Winter, also Oktober bis Juni beziehungsweise Oktober bis sagen wir mal April, so in dem Dreh, um den Dreh rum auch wenig runtergekommen. Ein bisschen was ist, ein bisschen was wurde auch aufgenommen, aber es war immer noch viel zu wenig, um diesen gesamt ausgetrockneten Zustand der Böden zu beheben und dann wurde es ja nochmal super trocken eben ab Frühjahr bis eben zu den Starkregenereignissen und das bedeutet von diesen Starkregenereignissen hat der Wald quasi nichts gesehen. Nix bis hin zu 5 bis 10 Millimeter, also relativ lächerlich. Zum Vergleich allerdings trotzdem hat dann im Herbst schon eine ordentliche Niederschlagsituation stattgefunden und generell war 2019 nicht so heiß wie 2020, weshalb die Verdunstung nicht so hoch gewesen ist. Also die Niederschlage, die Wassersituation im Boden wird bestimmt durch im Prinzip das, was nachkommt und das, was rausgeht. Und es geht mehr raus, je heißer es ist, weil dann verdunstet das Wasser schneller. Ist logisch, ne? So viel Physik können wir alle. Und 2019, das hydrologische Jahr 2019, endete noch mit 60 Millimeter Wasserdefizit. Das ist immer noch viel zu viel. Das ist immer noch erschreckend, aber verglichen mit den wo habe ich denn die Zahl, jetzt habe ich sie nicht mehr griffbereit, 285 Millimetern ist das doch eine erhebliche Verbesserung. So und damit können wir jetzt zumindest mal was Sachsen angeht, ich möchte auch ein bisschen prognostizieren, was ist 2020, was ist dieses Jahr 2020 und da müssen wir von der Grundausgangssituation für Sachsen sagen, ist es viel besser geworden. Das ist ein Grund zur Hoffnung. Das bedeutet nicht zwingend, dass es nicht doch mal ein scheiß Jahr gibt, das kann schon noch trotzdem passieren, aber die Ausgangssituation ist nicht ganz so beschissen und das ist wiederum was Gutes. Und außerdem, nun mal so als Beispiel für Sachsen, angrenzende Regionen natürlich auch, hat man noch zusätzlich das Problem gehabt, dass es im Winter reichlich Nassschnee gegeben hat und wenn es Nassschnee gibt, dann ist der Schnee schwer und wenn schwerer Schnee sich insbesondere auf eine Fichte, eine Tanne, eine Kiefer, eine Douglasie, solche Sachen drauf setzt, dann haben die ja logischerweise Nadeln, dann bleibt der daran hängen und dann kracht der Ast gegebenenfalls runter wegen dem vielen schweren Schnee, der da drauf hängt. So und dann gibt es abgebrochene Äste und die sind gut für Schaderreger aller Art, die dann wunderbar durch die abgebrochenen Äste ins Innere des Baumes gelangen können und sich dann da vermehren können. Was dazu geführt hat, dass wir eben gerade in Sachsen und damit können wir jetzt mal zum Thema Borkenkäfer kommen, massive Massenvermehrung von dem Vieh gehabt haben. Eigentlich braucht er gar keine abgebrochenen Äste, aber helfen tut es ihm trotzdem. Zumal ja auch noch Folgepathogene, also Pilze und andere Schaderreger das auch noch ausnutzen können und wenn die Bäume dann insbesondere Fichten geschwächt sind durch Schneebruch, durch Trockenheit, durch Borkenkäfer, dann kommen zusätzlich, egal wer, kann dann kommen, jeder Krankheitserreger, den es gibt, kann dann kommen und kann sich wunderbar an dieser Fichte gütlich tun, weil während tut die sich nicht mehr. Die hockt quasi gefühlt in Embryonalstellung in der Ecke und wartet darauf, dass es vorbei ist, wenn man das so ein bisschen verbildlichen möchte. Gut, äh, außerdem, wenn das ganze Zeug vom Schnee abgebrochen wird, dann liegt es ja am Boden und kann sich dann auch nicht mehr wehren, ein Ast, der am Boden liegt, was dann auch wieder Brutmaterial für verschiedene Schädlinge darstellt. Und diese Situation hatten wir halt eben nicht nur in Sachsen, um jetzt mal wieder den gesamtdeutschen Blick aufzumachen, sondern quasi überall. Da war es nicht immer Nassschnee, aber dafür hatten wir reichlich Stürme und zwar, wo habe ich sie? Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. Generell, die zum Beispiel in Sachsen angekommen sind, die waren auch in vielen anderen Teilen von Deutschland unterwegs, Fabienne, man mag sich erinnern, dann den guten Bennet und den Eberhard. Das sind so die drei meiner Meinung nach, meiner Recherche nach, größten. Wenn ich einen vergessen habe, dann bitte gerne noch hinzuschreiben. Und die haben halt quasi überall, hier mal einen Ast abgebrochen, da mal einen Ast abgebrochen. Und es waren drei. Und das ist schon genug, das waren zwar keine solchen Jahrhundertstürme und krass vernichtenden Orkane wie zum Beispiel Vivian Wiebke, Lothar und wie heißt das andere Ding? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber vor allen Dingen zum Beispiel Lothar bei uns in der Region, was der angerichtet hat. Das ist nicht mit dem zu vergleichen, was jetzt Fabienne, Bennet und Eberhard angestellt haben, aber es ist trotzdem eine Hausnummer. Und das ist auch wieder ein gesamtdeutsches Problem. Wann immer jede Menge Holz am Boden rumliegt und vor sich hin verfolgt und man kann es nicht rechtzeitig wegnehmen, dann freut sich darüber jedes beliebige Pathogen. Weil ein einzelner Ast, der wehrt sich gegen nichts und ist trotzdem nahrhaft. Gut, jetzt hatte ich ja gesagt, Niederschlagsdefizit, weniger rein als raus. Aber der springende Punkt ist, weshalb Sachsen, das hatte ich eingangs ja auch erwähnt, gar nicht mal so schlecht dasteht eigentlich. Der springende Punkt ist, Sachsen ist das gewöhnt. Sachsen hat standardmäßig während der Vegetationsperiode, also schon seit wir Wetter aufzeichnen, ein Niederschlagsdefizit. Also es wird im Sommerhalbjahr immer mehr verbraut, als nachkommt. Das ist so eine Eigenheit von Sachsen. Und angewiesen ist man in Sachsen, die Natur in Sachsen, das Land, der Boden, die Berge, eben da drauf, dass im Winter das ganze Zeug nachregnet. Das, was im Sommer gefehlt hat, verbraucht wurde, muss im Winter wieder aufgefüllt werden, damit man nach Möglichkeiten in den nächsten Sommer mit einem gewissen Plus startet, dass ich dann wieder auf Minus ein bisschen abbauen kann. So, das ist also normal und das ist der springende Punkt. Denn wir haben, nur mal so im Vergleich, in Sachsen, eine sehr leidende Fichte, ja, auch durch den Borkenkäfer. Der Schadholzanteil liegt bei 2,6 Millionen Festmeter. Das ist auch Rekordniveau. Das ist extrem hoch und da muss man sich wirklich keine Illusionen machen, dass das nicht eine Katastrophe wäre. Das ist es. Aber, wenn wir uns mal den Gesamtzustand der Belaubung der verbliebenen Fichten angucken, der verbliebenen Fichten, dann haben wir nur 21 Prozent durchschnittlichen Nadelverlust. Nur. In Baden-Württemberg sind das 3,2 Prozent mehr. 24,2. Und dabei ist Baden-Württemberg insgesamt ein Bundesland, das deutlich weniger Schadholzanfall hat, wo dem Wald es von den anderen Zahlen her besser zu gehen scheint. Aber wenn wir uns nur den Nadelverlust angucken, ist eigentlich Sachsen besser dran. Das ist interessant, weil daraus lässt sich möglicherweise schließen. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich kann aber noch nicht beweisen, dass das stimmt. Und erzähl es niemandem, der auch Forstwissenschaftler ist, weil der wird euch dann sagen, was, der spekuliert doch bloß, der Typ da mit dem Hut. Und das stimmt, ich spekuliere jetzt bloß, aber ich will es trotzdem tun, damit es einfach ein bisschen was ist, worüber man nachdenken kann im Laufe des Jahres. Achtet doch bitte gerne selber drauf, wenn ihr Lust habt. Sachsen als Land, das Trockenheit gewöhnt ist. Die Bäume sind Trockenheit gewöhnt. Das war schon immer trocken im Sommer. Und jetzt zeigen, selbst die Fichten, auch wenn ein paar von denen durchaus gestorben sind, weil man halt manche wirklich wohin gestellt hat, wo sie überhaupt nicht hingehören, das ist meiner Meinung nach so mit ein bisschen der Faktor, der eine Rolle spielt. Aber die Fichten zeigen nur eine Schädigung von 21 Prozent. Ein eher Feuchtigkeit gewöhntes Bundesland wie unser Baden-Württemberg, wo durch den Schwarzwald relativ viel Wasser hängen bleibt, Wolke hängen bleibt und dann abregnet, deutlich höher. Weil ist es nicht gewöhnt, dass es trocken ist. Auch Baden-Württemberg hat sie dieses Jahr so mehr oder weniger so ein kleines bisschen, erheblich weniger Wasser zumindest. Und das viel weniger krass als in Sachsen, höhere Auswirkungen auf den Benadelungsgrad unserer Bäume. Gibt einem zu denken. So, machen wir mal weiter. Die Kiefer. Und das ist auch wieder spannend, weil die Kiefer hat mit manchen, aber spannenderweise längst nicht mit allen Schädlingen zu kämpfen. Also einige Kiefern-Schädlinge sind vermehrt aufgetreten. Viele von denen man aber vermutet hätte, dass die auch noch auftreten müssten, sind gar nicht aufgetreten. Die hatten quasi keine Lust und vielleicht war es denen selber zu trocken. Denn, ja, Kiefer ist sehr gut angepasst an Trockenheit. Das ist so mit von den halbwegs einheimischen Baumarten. Kiefer ist schon eine Einheimische, aber die gehört halt oft auch nicht dahin, wo wir sie hinpflanzen. Ist die mit am besten Trockenheit angepasst? Bisher hat man zumindest gedacht bei gleichzeitig guter waldbaulicher, wirtschaftlicher Leistung. Und diese Gründe, weshalb man so viel Fichte, Kiefer, gerade auch in Sachsen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern angepflanzt hat, liegen eben genau da dran. Das sind eher trockene Regionen, eher trockenere Böden. Die Kiefer wächst da noch recht unproblematisch bisher. Und tatsächlich geben die Daten auch her. Daran ändert sich grundsätzlich auch erst mal nichts. Also an der primären Kiefer-Forstwirtschaft in den östlichen Bundesländern, da muss man vielleicht ein bisschen auch noch nach Alternativen suchen. Das sowieso. Ja, mindestens ein bisschen. Aber man braucht sich auch nicht Sorgen machen, dass die Fichten-Forstwirtschaft in dieser Region jetzt völlig zusammenbricht. Äh, Kiefer. Kiefer-Verflut nochmal. Nicht Fichte. Ei, 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 ei. Denn im Vergleich zu Fichte hat die Kiefer fast gar keine Schäden. So im Direktvergleich sich anguckt. Und Kiefer gehört da fast schon hin. Die ist da wirklich gut geeignet. Schauen wir uns im Vergleich mal die Kiefern bei uns im Oberrheingraben in Baden-Württemberg an. Da haben unsere Kiefern einen durchschnittlichen Nadelverlust von sage und schreibe 31,4%. Und die Kiefern in Sachsen durchschnittlich, und es gibt Regionen, da sehen sie noch viel schlechter aus, also der Durchschnitt wird nochmal ein bisschen runtergedrückt, äh, hochgedrückt durch eine kleine Region mit wirklich schweren Kiefern-Schäden. Aber, äh, Nadelverlust nur 22%. Das sind fast 10% Unterschied. Ja, das ist 50% schlechter in Baden-Württemberg. Insgesamt, ja, also relativ. Äh, und da muss man sich schon Sorgen machen. Und der Unterschied ist auch dahingehend deutlich, dass die Kiefern im Oberrheingraben so aussehen, also hätten die keine Zukunft mehr, während die Kiefern in Sachsen im Durchschnitt so aussehen als, ja, okay, sie sind ein bisschen gelitten, aber weiter wie bisher. Und das ist schon gravierend, ja. Gucken wir uns spaßeshalber mal noch die Eiche an. Die Eiche hat im Vergleich zu 2018 keine weitere Verschlechterung erlitten in Sachsen, in Baden-Württemberg, sehr wohl. Und das ist auch wieder ein Zeichen, Eiche eher trockenheitsresistent, eher trockenheitsangepasst. Wenn sie wo steht, wo sie schon immer trockene Situationen hatte und Zeit hatte, sich entsprechend darauf einzustellen, dann kommt sie klar, vergleichsweise. Trotzdem muss man sagen, ist noch nicht safe, weil zwar ist der Wassermangel nicht das große Problem für die Eiche, was aber das große Problem darstellt, sind die ganzen Käferchen und weitere Schaderreger, die dann hinterher eben noch durch die Trockenheit befördert, durch die erhöhte Temperatur, schnellere Entwicklungszeit, Insekten, also Eier lassen sich, Insekteneier brüten schneller aus, sozusagen, wenn es wärmer ist. Um mal ganz kurz darauf einzugehen. Eichenprozessionsspinner zum Beispiel und alle möglichen anderen Eichenschädlinge, das hat noch massiv zugenommen. Trotzdem muss man sagen, die Eiche scheint in Sachsen rein von den Zahlen her in der Lage zu sein, mit dieser Situation klar zu kommen, sofern sie Trockenheit nicht überhand nimmt. Deswegen keine weitere Verschlechterung. Eiche bleibt bei 32,2 Prozent. Laubverlust, das ist hoch, ja, das ist schon hoch. Aber sie scheint sich langsam wieder anzupassen. Also ich bin da im Osten relativ optimistisch, was die Eichenzukunft angeht. Relativ. Ja, also alles Kacke. Aber vergleichsweise im Osten eher optimistisch. Baden-Württemberg gab es nämlich sehr wohl eben eine Verschlechterung. Da liegen wir jetzt bei 32,6 Prozent, sind also geringfügig, Entschuldigung, bei 34 Prozent sind also noch mal 1,8 Prozent schlechter als Sachsen. Und das, obwohl wir ja an sich eigentlich viel bessere Niederschlagssituationen haben. Aber unsere Eichen es dann auch nicht so sehr gewöhnt sind, dass es halt eben trocken ist. Das ist meine Vermutung. Gründe, alle Gründe, die ich angebe für irgendwas, das ist alles meine Spekulation. Teilweise natürlich auch gestützt durch entsprechende Fachartikel von Leuten, die Ähnliches vermuten. Ja, ich bin da nicht alleine mit meinen Spekulationen. Aber letztendlich bewiesen ist das noch nicht. Also das ist wichtig, dass ihr wisst. Zahlen sind Fakten. Vermutungen, Vergründe sind Vermutungen. Gut. Gucken wir uns noch die Buche an. Die hat 25 Prozent Laubverlust. Das klingt erstmal schlimm, weil wir es eigentlich gewöhnt sind vom Forst, dass die Buche, ja, das hatte ich auch schon letztes Jahr erzählt, beziehungsweise letztes Jahr noch nicht so intensiv, das hatte ich dieses Jahr, ja doch, 2019 hatte ich ein Video gemacht, wo ich gemeint habe, dass die Buche doch massiv leidet. Ist aber noch nicht an der Zeit, sich um die Buche massiv Sorgen zu machen und zu glauben, dass die Buchenzeit damit abgelaufen ist. Und auch die Werte, die wir jetzt inzwischen haben, zeigen, teils, teils. Teils leidet die Buche sehr, aber hierzu habe ich eine extra Grafik. Wo ist sie? Äh, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche, ich suche weiter. Da, gucken wir uns hier mal die Buche an. Da sehen wir, durchschnittlicher Nadelverlust, ne? Also, wenn es hoch ist, ist scheiße. 2019, 32,6 Prozent, das ist sehr scheiße. Das ist übrigens 7 Prozent schlechter als in Sachsen. Auch da muss man sich wieder fragen, irgendwas machen die richtig, ne? Beziehungsweise, die Situation da ist halt, ähm, die Buche trockenheitsangepasster. Meine, meine Theorie. Äh, und, wir sehen aber auch, das schwankt ständig, ja? Wir haben hier eine schöne Zickzackkurve, die wir bei anderen Baumarten längst nicht so zickzackig haben. Ja? okay, da oben auch. Was ist das? Die Tanne. Ja, die Tanne ist, die Tanne ist auch nochmal so ein Spezialfall. Ähm, und dieses Zickzackige, das ist auch wiederum gut. Das gibt es auch wieder Grund zur Hoffnung. Denn, das bedeutet, die Buche verträgt kurzzeitig massive Schwankungen. Die kann, sie ist eine Baumart, bei der man sagt, die ist nicht resistent, die ist resilient. Das bedeutet, sie leidet zwar im Fall einer Katastrophe sehr wohl und zeigt starke Reaktionen negativer Art, sie ist aber auch in der Lage, wenn die Katastrophe vorbei ist, sich schnell, schnell wieder zu erholen. Und das sehen wir generell in allen Bundesländern, wenn wir uns die Buchen angucken, auch wenn der Buchenzustand dieses Jahr so schlecht ist wie noch nie. Das zieht sich leider auch durch die komplette Bundesrepublik. Wir haben einen Rekord Laubverlust bei Buche. Gar nicht schön. Auch ein Grund zur Sorge. Sorge, nicht Panik. Sorge. Ich lese noch ein bisschen meine Notizen und dann geht es weiter. Gut, gehen wir mal nach Brandenburg. Brandenburg ist ja geografisch ein viel flacheres Land als Sachsen. Es ist nicht besonders weit weg, aber viel flacher. Das bedeutet auch generell, je flacher, desto trocken. Es sei denn, direkt an der Küste. Weil wenn keine Berge da sind, die Wolken festhalten, dann regnet es auch nicht ab. Grob, ganz grob. Und Brandenburg hat leider aber auch viel weniger Bäume beprobt als durchschnittlich. So die meisten Bundesländer, da sind wir im Bereich von ein paar tausend, ich sage mal so zwischen 5 und 10.000 Bäumen, die die beprobt haben, wodurch diese Statistik zustande gekommen ist, 5.000 bis 10.000 Bäume angeguckt. So irgendwie im Dreh. Bei Brandenburg sind das nur ein Sechstel ungefähr der Probebäume, wie sie zum Beispiel in Sachsen hatten. Damit sind alle Daten, die wir zu Brandenburg haben, viel weniger realistisch. Bei so Statistiken, je größer die Gruppe ist, die man sich anguckt und sieht bei 10.000 Bäumen das gleiche Ergebnis, dann ist irgendwann sehr wahrscheinlich, dass das nicht mal 10.000 Mal ein Zufall gewesen ist, sondern einfach auf einen tatsächlich existierenden Sachverhalt hinweist. Wenn man sich nur drei Bäume gefühlt anguckt und sieht jedes Mal das Gleiche, dann ist die Chance, dass das ein Zufall ist, ziemlich hoch. Insbesondere, wenn die direkt nebeneinander stehen. Oder, dass es irgendeinen kleinräumigen Grund für die Beobachtung geben kann. Und das nicht zwingend am Klima liegen muss. Jetzt haben sie natürlich schon mehr als drei Bäume angeguckt, aber doch viel, viel, viel weniger als in Sachsen. Und Brandenburg hat den Waldzustandsbericht. Man kann ja auch die Daten von den vergangenen Jahren nicht nochmal wieder herstellen oder sonst wie. Bisschen verfuscht. Und deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Trotzdem kann man in Brandenburg ein bisschen was ablesen, was uns weiterhilft. Aber alle Zahlen mit großer Vorsicht genießen, bitte. Also, bei den Laubbäumen haben wir 33% Laubverlust, bei den Nadelbäumen 23% Nadelverlust. Das heißt, Nadelbäume sind 50% besser weggekommen als Laubbäume. Das ist dahingehend spannend, weil es wirklich Zahlen sind, die im Gegenteil dem widersprechen, was wir ja eigentlich bisher immer gesagt haben und was in Bundesländern wie dem Saarland auch dazu geführt hat, dass das Saarland gut dasteht. Nämlich Laubwald stabiler als Nadelwald. In Brandenburg genau andersrum. Ist das jetzt eine Brandenburger Besonderheit? Schon. Weil welche Nadelbäume sind denn die, die in Brandenburg rumstehen? Kiefer. Welche noch? Kiefer. Und Kiefer. Und Kiefer ist nun mal sehr trockenheitsresistent. Und welche Laubbäume stehen da rum? Fast alle. In gewissen Anteilen. Auch die, die eben entsprechend empfindlich sind. Auch die Buche, die in Brandenburg bei den trockenen Böden am Rande ihres natürlichen Verbreitungsgebiets rumsteht. Also üppige Buchenwälder. So richtig vital. Die werden auch naturgemäß in Brandenburg gar nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht auf, nicht nur kleinräumig vielleicht mal, aber nicht auf großer Fläche. Das ist also ein Grenzbuchengebiet, wenn man so will. Selbst die gute Birke, die ja eigentlich schon recht resistent gegen Trockenheit ist, kommt aufwand, wo sie steht und unter welchen Bedingungen. Aber selbst die hat massive Schäden erlitten. Und wenn die Birke schon massive Schäden erleidet, dann ist die nicht ausgesprochen trockenheitsresistente Buche logischerweise auch stark geschädigt. Ja, also behalten wir das jetzt mal im Hinterkopf. Trotzdem sind beides, also sowohl der 23% Blattverlust bei den Laubbäumen, als auch 33%, Entschuldigung, als auch die 23% Nadelverlust bei den Nadelbäumen, beides sind die mit Abstand höchsten Werte, die immer gemessen, seit jeher gemessen worden sind. Das bedeutet auch beim Laubholz, sage und schreibe, angeblich 13% schlimmer als im langjährigen Mittel. Das würde heißen, dass das Laubholz in Brandenburg gigantisch geschädigt worden ist. Jetzt nur dieses eine Jahr. Die Schäden 2018 zwar entstanden sind, 2019 noch verschärft worden und wir haben eine Verschlechterung um 13% weniger durchschnittliche Laubmasse auf dem Baum. Und das wäre, wenn das dann stimmt, mit Vorsicht zu genießen, aber das wäre katastrophal. Das würde bedeuten, dass die Laubbäume, die momentan in Brandenburg so rumstehen, im Regelfall vielleicht mit Ausnahme der Eiche da nichts mehr zu suchen haben in Zukunft. Das wäre also ein deutliches Indiz für Brandenburg muss reines Kief an Land mit ein bisschen Eiche bleiben oder wir finden ein paar vielleicht wisst was ich meine, wenn ich sage Zukunftsbaumarten, die irgendwelche besonderen Anpassungen besitzen, um Brandenburgs Baumportfolio noch zu erweitern. Aber momentan, jetzt rein von diesen Zahlen her, wenn die stimmen sollten, dann läuft das darauf hinaus. Weil das ist ein derartig krasser Schlag, ohne dass man sagen kann, welche großartige Superkatastrophe zusätzlich zur Trockenheit noch über Brandenburg hereingebrochen ist. Also ein bisschen was gibt es, aber schon massiv, massiv, massiv. Insbesondere eben bei der Buche. Aber, ja, ich will es noch nicht zu weit vorne wegnehmen. Bei allen Baumarten, außer dem Laubholz, liegen die Schäden im üblichen hohen Bereich im Rest der Bundesrepublik. Ja, also das ist so ungefähr normal, normal schlecht. Die Buche sticht aber gewaltig hier raus. Ich hatte euch das Bildchen schon mal gezeigt. Dieses hier, wo wir hier hinten sehen können, 2018 Buche noch sehr viele gesunde, jetzt 2019 quasi die komplette Buche, nur noch vier Prozent gesunde Buchen. Der dunkelgrüne Balken ist verschwunden, quasi. Und das, da kann irgendwas nicht stimmen. So ein massiver Unterschied von einem Jahr aufs andere, da denkt der geneigte Wissenschaftler sofort, die haben sich verrechnet. Die haben irgendwelchen Mist gebaut. Das kann nicht stimmen. Da fehlt völlig die biologische Grundlage für. Aber, das mag stimmen, dass sie sich verrechnet haben. Es mag stimmen, dass die Statistik scheiße ist. Die biologische Grundlage fehlt aber tatsächlich nicht. Ich hatte euch letztes Jahr erzählt bei der Zusammenfassung, des Jahres, dass die Buche deswegen unter anderem so stark gelitten hat, weil sie letztes Jahr auch massiv fruktifiziert hat. Wir hatten ein trockenes Frühjahr, nee, erst mal einen nassen Monat und danach ja nur noch Trockenheit, 2018. Wenn ich letztes Jahr sage, meine ich immer 2018, nicht 2019, auch wenn wir jetzt 2020 haben. Verwirrend, 2018 hatten wir ja ein sehr trockenes Frühjahr, aber vorher einen super nassen Monat, in dem die Buche gedacht hat, oh, das wird ein nasses Jahr, ich mache mal viele Früchte. Und dann waren die Früchte angelegt, dann mussten sie versorgt werden. Das Jahr wurde aber nicht nass, sondern super trocken. Und diese ganze Energie, die sie für das Anlegen dieser Früchte verbraucht hat, hat ihr halt gefehlt, um das Jahr gut zu überleben, weshalb die Buche massiv geschädigt worden ist. Das war mit einer der Gründe, weshalb wir so einen katastrophalen Buchenzustand 2018 bereits hatten. Also vergleichsweise katastrophalen Buchenzustand. Wir haben aber gedacht, das ist nicht so schlimm, weil sie hat ja stark fruktifiziert und dann ist das ja normal, dass sie einen relativ schlechten Naubzustand aufweist. Ist auch so. Gut. 2019 ist deswegen unter anderem bei der Buche so besorgniserregend, weil sie wenig fruktifiziert hat und trotzdem einen besorgniserregenden Naubzustand hat. Mit einer Ausnahme und jetzt kommen wir zu der biologischen Besonderheit Brandenburgs. In Brandenburg haben wir circa 90% fruktifizierende Buche. Dieses Jahr, also 2019. Und das ist eine Besonderheit. Alle anderen Bundesländer, ich weiß nicht, was Mekdenburg-Vorpommer macht, ich habe da keine Daten zu gefunden. Vermutlich sieht es da ein bisschen ähnlich aus. Aber Brandenburg, wahnsinnig starke Fruktifikation bei der Buche. Das heißt, die Buche ist letztes Jahr schon stark von der Dürre geschädigt worden, ist dieses Jahr wieder stark von der Dürre geschädigt worden und hat aus dem geschädigten Zustand heraus beschlossen, dass sie außerdem noch sehr viele Früchte produziert. Und damit haben wir dann wirklich eine Erklärung, weshalb der Buchenzustand in Brandenburg so viel schlechter ist als überall sonst, weil sie zusätzlich noch Früchte produziert hat. Und das führt gleichzeitig auch wieder dazu, dass wir nicht denken müssen, dass die Buche in Brandenburg jetzt quasi kurz vorm Aussterben ist. Wenn sie nicht fruktifiziert hätte und trotzdem diese Daten stimmen würden und sie die hätte, dann könnten wir quasi sagen, okay, fällt eure Buchen, die haben zukünftig keine Chance mehr, pflanzt irgendwas anderes. Aber mit dem Grund der Fruktifikation mal den Ball flach halten. Scheiße ist es trotzdem, schlimm ist es trotzdem, Buche hat in Brandenburg sicherlich nicht die besten Karten. Wer in Brandenburg ein Waldstück hat und will das aufforsten, nicht unbedingt viel Buche pflanzen. Im Rest von Deutschland Buche pflanzen immer eine gute Idee, eine valide Idee, um sich einen zukunftsfähigen Wald aufzubauen, auch immer noch. In Brandenburg wäre ich inzwischen vorsichtig. Erstmal abwarten. Vielleicht erst mal was noch stabileres, klimastabileres pflanzen. Irgendwas Rubinie zum Beispiel. Nur so als Idee. Aber auch mit Vorsicht zu genießen, das Video dazu kommt in den nächsten Tagen. Ich habe inzwischen einen schönen Rubinien-Bestand gefunden, muss da nur noch hin und was erzählen. Mache ich aber bald. Ja. Das ist also der Sonderfall Brandenburg, die Sache mit der Fruktifikation der Buche. Jetzt habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Ich lese einfach mal vor. Es bleibt abzuwarten, ob die Buche Not fruktifiziert hat oder es sich um die übliche Laubabnahme bei Vollmast handelt. Bezeichnet es auch, dass die Mortalitätsrate der Buche auf einem sehr geringen Niveau geblieben ist. Also vermutlich im Fazit schlechte Statistik, also die Datenerhebung blöd. Die Fruktifikationssituation schuld an der schlechten Belaubungssituation der Buche. Aber das extrem schlechte Abschneiden der Buche kann nicht so schlimm sein, weil die Nachbarbundesländer viel, viel, viel besser sind. Gleichzeitig, wenn wir in Baden-Württemberg hohe Schäden an der Buche haben, haben wir im Maß der Zunahme der Schäden an der Buche gleichzeitig auch eine Zunahme der Mortalität der Buche. Wir haben also nicht nur geschädigte, sondern auch tote Bäume. Und das haben wir in Brandenburg witzigerweise nicht. Wir haben zwar geschädigte Bäume, wir haben aber kaum tote. Und das ist alles ein Zeichen für, so viel Sorgen muss man sich jetzt nun doch auch nicht um die Buche in Brandenburg machen, aber vorsichtig sein, vorsichtig sein, 2020 vielleicht noch abwarten und dann verspreche ich, wenn ich es nicht vergesse, sonst schreibt es mir in die Kommentare, also 2020, Ende 20, beziehungsweise 2021, wenn ich dann dieses Video wieder mache, was denn jetzt aus der Buche-Situation in Brandenburg gewesen ist. Ich versuche nach Möglichkeit dann nächstes Jahr andere Bundesländer zu nehmen. Einfach damit wir jedes Bundesland mal irgendwann mal ausführlich besprochen haben. Gut, aber das soll es jetzt mal zu Brandenburg gewesen sein. Ach so, spannend auch letztes Jahr, 300 Hektar Waldbrände in Brandenburg. 300 Hektar ist zwar eine große Fläche, gemessen am Gesamtwald von Brandenburg ist es immer noch relativ wenig, aber das ist Rekord. Es gab noch nie so viele Waldbrände, also so eine große Waldbrandfläche in Brandenburg und das ist das Bundesland mit dem mit Abstand größten Waldbrandrisiko wie letztes Jahr. Auch das kann einem zu denken geben. Das sollte einem übrigens auch zu denken geben und das wäre wirklich ein Appell. Ich sage ja nicht, macht gar kein Feuer, aber wenn ihr in Brandenburg sitzt, waldläuferisch unterwegs seid und ein Feuerle machen wollt, dann überlegt es euch in Brandenburg fünfmal, überall sonst dreimal, in Brandenburg bitte fünfmal, weil die Chance, dass ihr da den Wald anzündet, ist nirgendwo so hoch wie eben in Brandenburg. Wir hatten es übrigens im Laufe des Jahres auch hin und wieder mal von bestimmten Krankheiten, die sehr, sehr stark zugenommen haben bei bestimmten Baumarten. Ich möchte jetzt noch kurz eine der Kiefer nennen, nämlich das Diplodia-Triebsterben. Das ist derzeit das größte Problem der Kiefer in Brandenburg. Das weiß, das wird sich wahrscheinlich in dem Rest von geografisch Ostdeutschland ausbreiten. Wahrscheinlich. Und könnte eine der größeren Bedrohungen der Kiefer der Zukunft werden. Diplodia-Triebsterben. Gibt es irgendwann mal ein extra Video, wenn ich da mal hochkomme und mir das mal angucken kann. Also ich muss da demnächst wirklich mal wieder hoch. Hab gerade gelernt, es gibt auch einen Zug, der nicht von der Deutschen Bahn fährt. Es gibt genau eine andere Alternative, der ein oder andere weiß es vielleicht. Ich will aber trotzdem keine Werbung machen und mache jetzt keine Markennennung, der für ganz wenig Geld von fast mir bis Berlin fährt. Und von Berlin nach Brandenburg ist bekanntlich auch nicht allzu weit. Deswegen hoffe ich, dass ich spätestens im... Schön wäre es ja eigentlich im Herbst, wenn die nächsten Waldbrände durch sind. Dann kann ich mir eine frische Waldbrandfläche suchen. Vielleicht im Herbst mal da hinkomme und dann alles zu Brandenburg erzähle, was mir irgendwie einfällt. Gut. Schnitt. Vielleicht noch zwei Ergänzungen, weil ich mir schon das Zeug ausgedruckt habe. Das Papier soll nicht umsonst gestorben sein. Das hier ist der Niederschlagskalender von Brandenburg. Zwei Orte. Also hier ist einmal im Flachland, einmal im Hügelland. Und ihr müsst gar nicht groß erkennen können, was da drauf ist, aber jedes kleine farbige Pünktchen, recht verdracht, ist ein Tag im Jahre 2019. Und zwar von, beziehungsweise 20, ja, Februar bis Juli. Und August 18 bis Juli 2019. Jetzt stimmt's. Ja, also hier August 18, da Juli 2019, hier wieder August 18, da Juli 2019. So, und da kann man jetzt mal sehen, was uns auch wiederum erklärt, weshalb Sachsen so viel besser dran ist. Sachsen ist deutlich hügeliger. Flachland, rot, 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 hier ein ganz kleines bisschen grün, rot, 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 ein bisschen grün. Im Hügelland recht viel grün, hier nochmal ordentlich grün und da auch nochmal ordentlich grün. Also im Hügelland haben wir eine massive Entspannung gehabt. Was ich wieder mit dem deck, was ich schon erwähnt hatte, Flachland, trocken, Hügelland, trocken, immer noch Hügelland, aber mehr so ein Hügelland, nicht ein Hügelland. Ich hoffe, das war anschaulich. Gut, zweite Grafik, die ich zur Brandenburg euch noch unbedingt unter die Nase halten wollte. Wo ist sie denn? Da ist sie nicht. Da ist sie. ist die hier unten, die ist etwas klein geraten, aber ich muss doch Papier sparen und vor allen Dingen Druckerfarbe. Aber jetzt kann man sehen. Das hier ist die Niederschlagsituation in Brandenburg. Einmal im Flachland im Bergland und wir haben jetzt in diesem Fall, das heißt gar nichts mit der Flachland-Bergland-Situation zu tun, hier ist 2018, dass der blaue Balken unterhalb von der Mittellinie ist. Bedeutet, wir haben ein riesen Wasserdefizit gehabt. Aber, da der blaue Balken hier zwar 2019 immer noch relativ weit unter der Mittellinie ist, war es zwar schlecht, aber nicht so ein massiver Dürreblock wie 2018. Und wir haben zumindest an diesem Ort ein, und das haben wir auch in Sachsen gehabt und zwar flächendeckend, einen massiven Niederschlag in den Sommermonaten zwischendrin. Einen richtigen, riesigen Gewitterflutsituation, aber damit konnte der Boden nichts anfangen. Ich habe es bei Sachsen erzählt, weil eben zu viel Wasser auf ausgedörrten Boden nicht aufgenommen wird. Das gibt nur Oberflächenabfluss, das heißt, da schwemmt alles davon, geht in den nächsten Fluss, geht in die Ostsee und ist weg. Hat man nichts von als Ökosystem. Und während wir auf dem anderen Fleck in Brandenburg Durchschnittsklima der gesamten Bundesrepublik hatten, außer der Unterschied, den kommt gleich, der Mai. Der Mai ist im Westen besser gewesen als im Osten. Im Osten hatten wir, wenn wir nicht dieses Starkregen-Ereignis hatten, hatten wir mehr oder weniger durchgehend Dürre. Kaum eine Erholung in den Sommermonaten durchgehend. Im Winter gibt es ein bisschen Wasser, was nachgekommen ist, sieht man hier und sonst durchgehend Dürre. Ich weiß, es ist eine kleine Grafik, hier nochmal so groß es geht. Sonst drückt gerne Pause, wenn ihr euch das in Ruhe angucken wollt, zoomt noch ein bisschen ran, guckt in Vollbild und das ist die Situation Brandenburg. Zum Vergleich, das ist auch ein großes Ding, Situation Baden-Württemberg. Hier haben wir hier haben wir jetzt folgendes, man kann hier schön sehen, den extrem nassen Früh-Früh-Frühling von 2018, der für die viele, viele Buchenfruktifikationen zuständig war. Also viel, viel nasser als normal wäre. Normal ist, wie gesagt, gar kein Ausschlag. Normal ist dieser Monat hier. Welcher ist es? Es ist der Mai. Der Mai ist normal, der ist weder trocken noch nass 2018. Temperatur war dann auch nochmal sehr kalt. Am Anfang von 2018 ist dann hochgeschossen und gleichbleibend immer sehr, sehr hoch geblieben, weil wir große Wasserverluste hatten. Wir hatten lediglich im Mai keinen besonderen Wasserverlust, aber auch nichts, was dazugekommen ist. So, und jetzt hatten wir 2019 die Situation in Westdeutschland. Also das zieht sich in Niedersachsen weniger stark, aber das hatten wir in Hessen, in Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen noch schon leicht, ganz leicht und kommt auf die Region an. Aber seht ihr diesen einen blauen Ausschlag? Das ist die Regenerierungsphase. Wir hatten also zwar durchschnittlich viele Monate mit weniger Niederschlag als normal wäre, 2019, hier das 2019, wir hatten aber einen Monat zwischendrin, der ein bisschen was gebracht hat. Und ich erinnere mich noch dran, das ist der, ja wieder der Mai, gewesen ist und ich hatte noch gedacht, dieser Mai rettet uns, rettet dem Wald den Arsch. Um es mal drastisch zu formulieren. Im Mai hat es gut geregnet. Nicht toll, aber gut. Und zwar auch langfristig. Wasser, das vom Waldboden aufgenommen werden konnte. Und das hat uns hier in Westdeutschland, Südwestdeutschland, sage ich jetzt einfach mal spaßeshalber, in Teilen Bayerns auch, glaube ich, Bayern machen wir 20, 2021, konzentrieren wir uns auf Bayern versprochen. Das hat uns wirklich so ein bisschen gerettet. Die Situation wäre hier eine ganz andere, wenn wir diese Erholung im Mai nicht gehabt hätten. Und das gilt für den Rest von Südwestdeutschland, wie gesagt, auch. Und das hatte der Osten nicht. Und das ist somit der springende Punkt, weshalb wir im Osten größere Dürrewerte haben, aber nicht zwingend viel schlimmere Waldsituationen, siehe Sachsen. Aber manchmal doch, siehe Brandenburg. Ihr seht, es ist kompliziert. Darauf wollte ich grob auch schon hier hinaus, aber auch nur hinaus, dass es halt eben kompliziert ist. So, wer noch dabei ist, wir gehen jetzt nach Nordrhein-Westfalen, machen wir gleich. Aber bevor wir nach Nordrhein-Westfalen gehen, gehen wir noch ganz kurz nach Niedersachsen. Ich habe Niedersachsen nur minimal drin. Das bedeutet Niedersachsen 22% durchschnittlicher Laubnadelgedönsverlust. Das ist bundesweit sehr wenig. Klingt erstmal gut. Niedersachsen also gut weggekommen. Warum? Naja, weil Teile Niedersachsens so nah an der Küste liegen oder die Küste sind, um es mal anders zu formulieren, dass das sehr, sehr hilft. Was also wirklich da nah dran ist, ist immer recht gut feuchtigkeitsversorgt. Deswegen übrigens auch Schleswig-Holstein, auch recht moderat weggekommen. Außerdem haben die dann nur trockenheitsresistente Baumarten, weil der Boden einfach so trocken ist. Die Niederschläge sind aber ein bisschen da gewesen. Also verglichen mit dem Rest der Bundesrepublik immer noch nicht gut. Gut ist nirgends. Aber befriedigend ausreichend ist das Schöne. Ist passendes Wort. Ja, passend. Aber auch diese 22%, die ja wirklich wenig sind, sind ein Rekordwert für Niedersachsen. Nie war die Laubverlichtung so hoch wie dieses Jahr 2019, äh, letztes Jahr 2019, äh, wisch schon, 2019 halt. Und das bedeutet, wie überall, fast überall sonst, Rekordjahr hinsichtlich der Miesi, der Schlechtigkeit des Waldzustands. Lasst euch das mal im Hirn zergehen. Ich wechsle in der Zwischenzeit den Akku, was für euch gefühlt drei Sekunden dauert, aber für mich etwas länger. So. Gleichzeitig haben wir allerdings, auch wenn der Nadelzustand gut, vergleichsweise gut ist, bundeseinheitlich gesehen, die Absterberate. Die ist massiv, auch in Niedersachsen, wirklich nicht schön. Und wir haben über alle Baumarten verteilt, 1,4%. Heißt, 1,4% des Waldes sind von 2018 auf 2019 gestorben. Das ist viel. Das ist wirklich, wirklich viel. Und das ist genau das Zehnfache von dem, was durchschnittlich ist. Wir haben also zehnmal so viel tote Bäume wie in einem durchschnittlichen Jahr. Erschreckend. Und wenn wir uns die Fichte angucken, da beträgt der Wert für tote Bäume nicht 1,4%, das ist so der Durchschnittswert, wie gesagt, der Durchschnittswert, sondern sechs. Und das ist fast, das ist nicht ganz so erschreckend wie die 15% in Sachsen-Anhalt, aber das ist immer noch sehr, sehr erschreckend. Sehr, sehr. 6% tote Fichten in Niedersachsen. So viel Fichte gibt es da nicht, aber es gibt da sehr wohl auch Fichte eben und dass davon einfach 6% weg sind in einem Jahr. Das ist irre, wo man doch normalerweise einfach in ganz anderen Zeiträumen denkt. 6% aller Fichten, wenn das 10.000 gewesen sind, dann sind hier 600 weg. Sind aber nicht 10.000 gewesen, sondern viel, viel, viel mehr, aber es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Das bedeutet, die Situation in Niedersachsen ist alles andere als gut, auch wenn der Nadelzustand besser ist als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Nochmal zum Vergleich, Niedersachsen 22%, Baden-Württemberg 27,5. Also deutlich schlechter. Gut. Jetzt gehen wir aber wirklich nach Nordrhein-Westfalen. Da haben wir einen sehr hohen durchschnittlichen Nadelverlust von 28%, nochmal ein bisschen höher als in Baden-Württemberg. Wir haben seit Beginn der Wetteraufzeichnung folgende Situation in Nordrhein-Westfalen. Das ist schön, dass Sie das in NRW mal so deutlich hingeschrieben haben. Das kann man nämlich auch für große Teile Gesamtdeutschlands so übernehmen, zumindest grob. Die Variationen sind gering, nämlich seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1800 irgendwas ist die Temperatur in Nordrhein-Westfalen um 1,6 Grad angestiegen. In anderen Teilen Deutschlands ist dieser Anstieg noch deutlich höher. Das ist interessant, wenn man sich jetzt mal Gedanken machen will, dass es immer noch bekloppte Politiker gibt, die so tun, als ob man mit irgendwelchen lustigen Maßnahmen, die niemandem richtig wehtun, die Klimaerwärmung, das ist jetzt meine politische Meinung, die könnt ihr teilen oder sein lassen, das ist mir egal, aber die Sagen tue ich es trotzdem, auf 1,5 Grad begrenzen könnte. Das geht das allein deswegen schon nicht mehr, weil die 1,5 Grad schon überschritten sind, zumindest wenn man in Köln wohnt oder in Düsseldorf oder irgendwo anders in NRW. Das geht also gar nicht mehr. Aber spannend, Nordrhein-Westfalen, und das ist nicht bundeseinheitlich, ist eins der Bundesländer, bei denen der durchschnittliche Niederschlag sogar zugenommen hat. Und da muss man sich jetzt wieder Sorgen machen, weil wenn der durchschnittliche Niederschlag doch zugenommen hat, und zwar ziemlich ordentlich, immerhin 91 Millimeter, das ist durchaus massiv, muss man sich umso mehr Sorgen machen, dass trotz der durchschnittlichen Zunahme auch weiterhin Trockenjahre vorkommen und auch weiterhin vorkommen werden. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das heißt, es hilft nichts. Diese Durchschnittswerte, die sind zwar interessant, aber worauf wir uns vor allen Dingen einstellen werden müssen, dieses Jahr, nächstes Jahr, und auch in Zukunft, sind mehr Extreme. Mehr extreme Kälteperioden. Selten, aber wenn dann extrem. Mehr extreme Hitzewellen. Häufiger und extremer. Mehr Starkniederschläge, die insgesamt zu einem höheren Niederschlagsgesamtanteil führen, aber, wie eben erzählt, vom Boden gar nicht aufgenommen werden und zu nichts gut sind, außer um Dinge wegzureißen. Häuser wegzureißen, Autos wegzureißen, aber was noch viel Schlimmer ist, weil Häuser und Autos kann man relativ einfach ersetzen, Boden wegreißen. Und wenn der mal weg ist, den kann man nicht einfach ersetzen. Und anders als Boden, Arsch, Häuser, Autos, das ist wichtig. Nee, Boden ist dann dahingehend dann doch irgendwann interessant, wenn man was zu essen haben möchte. Weil dafür brauchen wir Landwirtschaft. Und was braucht Landwirtschaft? Boden. So, also, viel Spaß mit euren Autos und eurem Haus, wenn ihr nichts zu beißen habt. Äh, na, nur für die, die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Mehr sage ich ja gar nicht. gut. Es gab 2019, nee, 18, Entschuldigung, 18 gab es in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal in der Geschichte, seit je beobachtet, ein Wasserdefizit, zwar nur 18 Millimeter, also nur minimal, aber es gab davor noch nie ein Wasserdefizit. Noch nie hat es in einer Vegetationsperiode mehr verdunstet, als nachgeregnet ist. Das ist ein absoluter Rekord. Das hat außerdem dazu geführt, dass logischerweise 2019 die Situation wieder scheiße gewesen ist. Ungefähr gleiche Niederschlagssituation wie in Baden-Württemberg, Start eben mit diesem leichten Defizit, dann nasser Winter, trockenes Frühjahr, der Mai, der vieles wieder rausgehauen hat und das Schlimmste verhindert hat und damit kommen wir auf insgesamt sehr, sehr, sehr ernst, aber nicht so schlimm wie 2018 und das spiegelt sich auch ganz gut in den Zuständen der Bäume wieder. Die Eiche stark geschwächt, auf beschädigtem Niveau, besorgniserregend und wirklich nicht schön, deckt sich ungefähr mit der Situation in Hessen, das Sinn macht, das ist ja gleich nebendran, ungefähr auch mit der Situation in Brandenburg, war ein bisschen besser. Also um die Eiche muss man sich sicherlich deutschlandweit generell überall Sorgen machen wegen der Schädlingssituation. Sie zeigt aber nur, wenn wir uns nur die Trockenheit angucken, nur die abiotischen Schäden, also abiotisch nicht durch das Leben verursacht, sondern durch Wetter, grob gesagt. Da zeigt sie eine Resistenz, die doch höher ist, als man vielleicht letztes Jahr vermutet hätte. Also Freud und Leid. Bei den Schädlingen schwierig. Andererseits muss man sagen, gegen Schädlinge könnte man vielleicht noch was tun. Vielleicht. Gegen Trockenheit keine Chance. Freud und Leid. Die Buche, nein, die Kiefer. Die Kiefer geht so. Alles durchschnittlich. Die Buche hat sich etwas erholt und das ist toll. Und das deckt sich mit dem, was ich beobachtet habe, weil ich bin ja in NRW viel unterwegs gewesen. 2019 werde ich auch 2020 häufiger zu Gast sein und habe mir da auch wirklich reichlich Wald angeguckt und muss sagen, Buchensituation verglichen mit anderen Ecken des Landes ist eigentlich geht. Gut nicht. Sie hat sich sogar im Vergleich zu 2018 etwas erholt. Warum? Nach 2018 viel Fruktifikation, viele Bucheckern. 2019 kaum Buchhäckern. Und da sehen wir also jetzt schon die Entwicklung, die ich hoffe, dass die Buche deutschlandweit machen wird. Wenn sie weniger fruktifiziert, kann sie sich von ihrem Laubverlust erholen. In NRW hat es schon stattgefunden. In Saarland auch ein klein bisschen. Aber nur so ein klein bisschen. Teilweise. Und in Baden-Württemberg muss es noch kommen. Hoffe ich sehr. Und auch im Osten muss es noch kommen. Aber vielleicht wird es das und wir werden es sehen und wir müssen darauf achten, jetzt dieses Jahr, was die Buche macht. Ganz wichtig. Die Fichte, und das ist der große Problemfall, hat mit 5, irgendwas Prozent die 30-fache Absterberate von durchschnittlich. Ja, also 30-mal mehr Fichten sind letztes Jahr 2019 gestorben als normal. Und das deckt sich leider auch mit dem, was ich da gesehen habe. Das ist sehr glaubwürdig. Eine Borkenkäferfläche nach der anderen. Gerade wenn man auf der Autobahn Richtung Köln fährt, von Frankfurt kommt, immer weiter Richtung Köln. Was du da an Käfernestern mitten im Wald siehst, wann immer man einen Blick auf den Wald hat, sieht man Käfernest, 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 Käfernest. Das ist glaubwürdig. Das ist sehr, sehr glaubwürdig, dass das massiv zugenommen hat und 5 Prozent dieses Jahr also die Fichtenfläche um 5 Prozent abgenommen. War? Nächstes Jahr, also 2020 mag das nochmal genauso schlimm werden. Und was auch nochmal sehr grammatisch ist, 5, irgendwas Prozent Absterberate, das ist schon scheiße genug. Aber gucken wir uns mal diese schöne Grafik hier an. Da sehen wir prozentualer Befall der Fichte mit Borkenkäfer über die Zeit. Hier geht's los 1989. Wenig Borkenkäfer, wenig, 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 Hier ist ein bisschen was gewesen. Wenig, 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 18, ordentlich, 2019 durch die Decke. Gigantischer Borkenkäferbefall, mehr als jemals. Und warum? Weil 2018 hier klein bisschen, der Balken ist vorhanden, man sieht ihn, man sieht ihn. Jetzt viel mehr. Warum? Weil 2018 eine zusätzliche Borkenkäfergeneration geschlüpft ist. Und die hat überwintert. Und die hat für die Situation 2019 Verantwortung übernommen, wenn man so will. Folgendes. Nehmen wir mal an, ein Borkenkäfer legt 10 Eier. Das ist nicht so, der legt viel mehr, aber man kann da schön mit rechnen. So, eine Generation Borkenkäfer in einem, früher war das mal normal, dass pro Jahr eine Generation Borkenkäfer entsteht. Das heißt, Borkenkäfer überlebt den Winter, bohrt sich raus, fliegt zu einer anderen Fichte, bohrt sich rein, legt 10 Eier, nur zum Rechnen, ja. Die brauchen den Rest des Jahres, um sich zu entwickeln und im nächsten Jahr hat man quasi aus einem Borkenkäfer 10 Borkenkäfer bekommen, der den Winter überstanden hat. Ob die jetzt alle den Winter überstanden haben oder nicht, weiß man nicht, aber bei einer Generation Borkenkäfer im Grunde kein Problem. Eine starke Vermehrungsrate, aber noch vergleichsweise überschaubar. Zwei Generationen Borkenkäfer bedeuten, dass im nächsten Jahr halt nicht der eine Käfer losfliegt, sondern es fliegen gleich mal, äh, Zwei Generationen Borkenkäfer im gleichen Jahr bedeuten, dass bevor das Jahr um ist, der Käfer mit seinen 10 Nachkommen, dem seine Nachkommen bereits soweit sind, auszufliegen und sich auf 10 Fichten zu verteilen und jedes Mal wieder noch 10 Eier zu legen. Und im nächsten Jahr haben wir bei zwei Borkenkäfer-Generationen nicht potenzielle 10 neue Käfer, sondern potenziell 100 neue Käfer. So, und bei drei Generationen haben wir potenziell 1000 neue Käfer. Und wenn wir jetzt wirklich mal ein Jahr kriegen, mit vier neuen Generationen, dann haben wir statt 1000 Käfer, was schon sehr viele sind, 10.000 Käfer. Und das, und es sind, die legen ja nicht nur 10 Eier, ja, das ist nur 10 Eier, damit man sich schön vorstellen kann. Wir haben also, statt in einem Jahr mit nur einer Borkenkäfer-Generation, statt mit 10 Käfern 10.000 Käfer pro Individuum das überwintert hat. Und damit ist dann ganz einfach zu erklären, mit dieser exponentiellen Vermehrung, diesem gigantisch exponentiellen Wachstum, was die Käfer hinlegen, weshalb aus einem kaum wahrnehmbaren kleinen grünen Balken ein gigantisch grüner Balken innerhalb von nur einem Jahr entstehen kann. Genau das ist passiert. Ja, das sieht beeindruckend aus und ist auch beeindruckend scheiße, aber nicht unbedingt überraschend. Leider, leider. Das ist in anderen Bundesländern ähnlich, aber NRW hat es besonders schön dokumentiert und deswegen habe ich die Grafik aus NRW geklaut. Alle Literaturangaben findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung, gerade wenn ich solche Grafiken verwende. Alle gezeigten Grafiken stammen aus den jeweiligen Wahlzustandsberichten der jeweiligen Bundesländer, sind öffentlich zugänglich, kann sich jeder angucken, der möchte und ich glaube nicht, damit die jeweilige Landesregierung verklagen wird, dafür, dass ich jetzt versuche, hier so eine Zusammenfassung zu machen. Das ist, glaube ich, im Rahmen des Zitatrechts auch absolut in Ordnung, gemessen an dem Volumen meines Werkes und den geringen Anteilen der Fremdwerke, die ich hier zitiere. Ich glaube, den Prozess gewinne ich, falls da jemand meckern möchte. Jetzt gehen wir mal nach Hessen. Ganz schnell, gehen wir rüber nach Hessen. Die haben da so 27% durchschnittlich Nadelverlust, quasi wie NRW, sollte einen nicht weiter überraschen, quasi wie Baden-Württemberg, so ein bisschen auch wie Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz habe ich jetzt übrigens nicht extra rausgesucht. Hast mal durchgelesen und festgestellt, da gibt es keine Besonderheiten, also für mich jetzt auffällige Besonderheiten. In Hessen haben wir eine Mortalität über alle Baumarten und die ist massiv von 2,3%. Also NRW, da sind wir noch bei, ich glaube, 1, bei Hessen schon 2, und Hessen ist eines der waldreichsten Bundesländer überhaupt und das trifft die sehr, sehr hart. Und ich glaube, die Hessen, die sind emotional fast mehr betroffen als das bei den Sachsen, naja gut, die Sachsen-Anhalter, bei denen sieht es eh nicht schlimm aus. Ich glaube, die sind auch sehr emotional betroffen und machen sich echt Sorgen um ihren Wald, nach dem, was ich so mitbekommen habe, auch wenn man sich so ein bisschen Dokus anguckt, Radioberichte und so weiter. Die Hessen haben gefühlt auch am lautesten gebrüllt, als der Waldzustandsbericht rausgekommen ist und haben am lautesten Aua Aua geschrien. Zurecht, ja? Nicht, dass das schlimm wäre oder sonst wie, es will nur einfach darauf eingehen, wo leiden die Leute? Wo merkt man auch und man merkt es, dass die Liebe des Deutschen zum Wald dazu führt, dass er sich jetzt auch massiv Sorgen um den Selbrigen macht. Und gefühlt, dafür gibt es keine Zahlen, aber gefühlt Hessen vielleicht wirklich am weitesten vorne dabei. Mortalität von 2,3% ist das Siebenfache des Durchschnittswertes über alle Baumarten und besonders beeindruckend, schlimm beeindruckend, aber beeindruckend, ist die Rhein-Main-Ebene, gerade da, wo die vielen Leute wohnen, das bisschen, was da noch an Wald da ist, die Waldrate ist da nicht besonders hoch, das ist schon so, aber ist mit 5% über alle Baumarten ein extrem hoher Absterbewerk. Ja, das bedeutet, in 20 Jahren ist da der Wald weg. Wenn nichts nachwächst. Aber selbst wenn was nachwächst, in 20 Jahren ist der alte Wald weg und wir haben einen 20-jährigen Wald dastehen. Und auch das ist kein Zustand, der einen irgendwie fröhlich macht. Das sind so Extremsituationen. Und ähnlich wie in Sachsen-Anhalt mit dem Harzteil, mit der Fichte, muss man sich eben auch zum Beispiel in der Rhein-Main-Region von Hessen wirklich, da kann man lange diskutieren, da kann man auch versuchen, Optimismus und Hoffnung zu säen, aber da gibt es ein Waldsterben 2.0. Kleinräumig gibt es das definitiv. Letztes Jahr habe ich ja wirklich noch optimistisch in die Zukunft geguckt. Wenn es ja sehr trocken wird, wird es schlimm. Wenn es nicht trocken wird, dann geht es. Es ist trocken geworden. Deswegen muss ich jetzt sagen, übrigens auch immer mal die Prognose für 2020 anzuteasern, noch mal trocken und wir werden riesige Löcher im Wald haben. Wir werden einen Waldverlust, der noch nie da gewesen ist, erleben. Nochmal in Folge dessen, aber wenn es ein gutes Jahr werden sollte, ein feuchtes Jahr und hier in Baden-Württemberg hatten wir jetzt seit September massive Niederschläge. Es ist ein furchtbar feuchter Winter, ein sehr feuchter Herbst gewesen von meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich habe leider noch keine Daten, aber ich bin mir sicher, dass es wirklich überdurchschnittlich feucht gewesen ist. Und das bedeutet, die Startbedingungen jetzt für 2020, zumindest in Baden-Württemberg und generell Südwestdeutschland, die sind ausgezeichnet. Gut bis ausgezeichnet. Das heißt, die Chancen, dass es noch mal ein 2019er Jahr wird, und die sind sehr gering. Selbst wenn es ein eher trockenen Sommer wird, mit diesen Wasservorräten, die wir jetzt wieder aufgefüllt haben, müssten die meisten Bäume in der Lage sein, einigermaßen über die Runden zu kommen, ohne dass es zu großflächigen Absterbeprozessen kommt. Außer, wir kriegen einen super extrem trockenen Sommer, das wäre nämlich theoretisch auch wieder drin und dann können wir uns tatsächlich auf gigantische Löcher im Wald einstellen. Ja, was muss ich noch sagen zu Hessen? Hessen ist das Bundesland, das mal konkretisiert, wenn wir uns hier noch mal diese Grafik angucken. Die ist zwar nicht aus Hessen, sondern aus NRW, aber erst ab einem Laubverlust von 60%, also hier, kommt es zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Vitalität der Bäume. Und dann müssen wir halt sagen, dass wir ca. 90% aller Bäume in NRW, in Hessen sieht das ein bisschen ähnlich aus, noch unterhalb noch unterhalb dieser 60%-Marke haben. erst ab hier, und hier sind nicht mehr viele, das sind so 5% ungefähr. Der Fichten 5% bei den anderen Bäumen, ganz wenige, ganz wenige, so irgendwie im 1%-Bereich, vielleicht auch ein bisschen unter 1%, die sind wirklich dem Tode geweiht. Das deckt sich ja ungefähr auch mit der Fichten-Absterberate, die wir für NRW prognostiziert haben, die nächstes Jahr noch mal massiv zunehmen wird, einfach mal so viel Käfer drin steckt. Aber die 60%-Marke, die ist noch nicht durchbrochen von vielen Baumarten. Und das ist der Funken Hoffnung, der aus Hessen an uns alle gesendet wird, sozusagen, damit man sich nicht zu sehr Sorgen macht. Bevor sie 60% erreicht sind, ist eine Regeneration, auch innerhalb von 1 oder 2 Jahren, auf ein ziemlich gesundes Niveau bei jedem Einzelbau möglich. Nicht zwingend da, aber möglich ist sie noch. Ja, das war Hessen. Da will ich gar nicht weiter zu was sagen, das ist mit NRW ja sehr ähnlich. So, und jetzt hatte ich am Anfang ja schon Sachsen-Anhalt angesprochen. Sachsen-Anhalt war 26% durchschnittlichen Nadelverlust, höchster Wert seit immer. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist in jedem Bundesland fast. Die gute Nachricht, die Kiefer, die Buche und die Eiche haben nur leicht erhöhte Absterberaten. Die haben zwar alle auch ordentlich Nadelverlust, aber die Absterberate, das Todesurteil, spricht sich nur bei ganz wenigen Bäumen dieser Art. Das ist also nicht dramatisch. Da muss man sich, dass die wirklich sterben, zumindest jetzt aus 2019er Sicht, erstmal keine Sorgen machen für Kiefer, Buche, Eiche. Aber, Buche hat massive Zunahme bei den Laubverlusten, was bei der Buche allerdings auch eben gut wieder auszugleichen ist. Wir werden es sehen. Ich mag da nichts prokostizieren, nicht für Sachsen-Anhalt, das ist so ein Spezialfall. Eiche unverändert zum Vorjahr, das bedeutet eher besser. Unverändert ist keine weitere Verschlechterung bei gleichzeitig einem sehr schlechten Jahr. Das heißt, netto ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Aber Kiefer zeigt nur moderate Schäden. Da haben wir also die gleiche Situation wie in Sachsen oder Brandenburg, dass die Kiefer ganz gut angepasst ist für geografisch Ostdeutschland. Auch wieder was Gutes. Und jetzt kommt's. Schlechte Nachricht. Die Fichte 16% Absterberate. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Das bedeutet so viel wie Fichte in Sachsen-Anhalt ist akut vom Aussterben bedroht. So richtig krass. Also noch mehr als der Blauwal oder der weiße Hai oder irgendwie solche Tiere, die so richtig vom Aussterben bedroht sind. So ungefähr auf dem Niveau vom Kakapo, diesem lustigen neuseeländischen Pinguin, der nur noch auf einer winzigen Insel mit, glaube ich, 48 Exemplaren gefühlt vorkommt, der wirklich massiv vom Aussterben bedroht ist, wenn er nicht massiv unter Schutz stehen würde. Da aber niemand die Fichte unter Schutz gestellt hat. Es ist irre. 16% Absterberate. Ja, in einem Moment vier Jahren. Also jetzt sind 16% weg. Nächstes Jahr sind es dann 32. Dann sind es 53. So irgendwas. Also in fünf Jahren ungefähr sind fast die Fichte weg. Beziehungsweise sind nur noch fünfjährige Fichten übrig. Schön, ne? Hatten wir aber schon angesprochen. Die durchschnittliche Mortalität in Sachsen-Anhalt über alle Baumarten ist Rekord, deutscher Rekord. 2,9%. Muss man allerdings auch dazu sagen, in die Höhe gehoben von der Fichte. Wenn die Fichte nicht so eine extrem hohe Absterberate hätte, dann wäre die durchschnittliche Mortalität auch bei 1,4. So ungefähr, diese Größenordnung. Das tut richtig, richtig weh. Ansonsten haben wir keine besondere Besonderheit in Sachsen-Anhalt. Das Klima war da auch nicht anders als woanders. Es kommt einfach durch die Besonderheit, diese riesen Fichten-Absterbenrate, durch die Besonderheit zustande, dass die Fichten Sachsen-Anhalt fast alle im Harz stehen und der Harz oben doof den Nationalpark hat. Und der Nationalpark ist, der Naturschutzgedanke von dem Ding ist toll, der Nationalpark an sich ist toll. Ich habe ihn mir angeguckt, das machen die alles toll. So gut, wie man halt einen Nationalpark machen kann in Deutschland. Aus meiner Sicht machen die das da. Aber Nationalpark bedeutet nun mal auch, der Borkenkäfer darf machen, was er will. Und damit hat der Borkenkäfer einen gigantischen Nationalpark als Brutzone und kann sich da ungehindert vermehren. Und auch wenn der Nationalpark einen Schutzstreifen von 500 Metern hat, wo normalerweise kein Borkenkäfer durchkommen sollte, ist das bei einer so massiven Massenvermehrung nicht mehr sichergestellt. Das bedeutet, A, der Nationalpark ist eine potenzielle Gefahrenquelle für die Fichten der Umgebung und B, der Nationalpark selber ist kahl. Und da der Nationalpark auch bei dieser Erhebung mit rein zählt, die Fichtenflächen des Nationalparks auch untersucht wurden, spielen also die toten Fichten im Nationalpark für die Gesamtzahl von diesen 16% auch eben eine größere Rolle. So, was habe ich noch an Grafiken, die ich auch noch nicht gezeigt habe, weil ich es vergessen habe. Eine ist es, die hier aus Hessen, zur Situation der Buche vielleicht nochmal. Ich hatte ja schon erwähnt, die Schäden an der Buche, also hier ist 1985, hier ganz rechts, hier ist 2019, die Schäden an der Buche, die sind halt zyklisch. Hoch, wird wieder besser, wird wieder besser, 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 hoch und dann hoffen wir, dass in Zukunft wird wieder besser, wird wieder besser einsetzt. Und das ist die große Hoffnung bei der Buche. Das ist also eigentlich eine schöne Folie zum Schluss. Habe ich eigentlich gut gemacht, dass ich sie vergessen habe. Die Hauptsorgenbaumart ist die Buche. Dass die Fichte sterben wird, das wissen wir schon lang. Dass es jetzt so schnell geht, das überrascht uns. Aber das ändert nichts am Ergebnis, dass wir das schon lange, lange, lange wussten. Ja. Dass die Buche auch so stark gelitten hat, ist der Hauptschreck. Trotzdem muss man sich wegen dem langfristigen Trend und auch der Tatsache, dass in manchen Bundesländern die Buchenregeneration bereits eingesetzt hat, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, denke ich immer noch nicht. Auch jetzt nicht nach Kenntnis aller Zahlen, so wie ich es in meinem eigenen Buchenvideo, Extra-Buchenvideo, so gegen, als ich aus Grönland wieder da war, habe ich das, glaube ich, gedreht. Oder kurz bevor wir noch hingegangen sind, ich weiß es nicht mehr, wie ich es da gesagt habe. Ungefähr so ist die Situation noch immer. Auch jetzt nach Kenntnis aller Situationen. Wir müssen die Buche im Auge behalten. Wir müssen damit rechnen, dass die Buchenanbaufläche abnehmen wird, deutschlandweit. In Zukunft wird Deutschland nicht mehr ein 85%-Buche-Land sein. Es wird eher ein dominiert-Buchenland bleiben, aber kein reines Buchenland gefühlt. Es wird also erheblich mehr Standorte geben, bei denen die Buche eben nicht geeignet ist. Und eine solche Änderung der Vegetationszusammensetzung, was normalerweise bei der nacheiszeitlichen Entwicklung 1000, 2000 Jahre dauert, dass ein solcher Wandel der Vegetation passieren kann, ist zu schnell für einen Baum, der eine Lebenserwartung bei Buche im Wald durchschnittlich, sage ich mal, 200 Jahren hat. Genau innerhalb dieser einen Periode des Lebens einer Buche, durchschnittlich Buche, noch nicht mal eine besonders alte Buche, von eben diesen 200 Jahren, wandelt sich das Klima so stark, dass die Buche ca. 20-30% ihrer Fläche, wo sie bisher noch gestanden ist, verliert. Da kann sie jetzt gar nicht mehr wachsen. Aktuell können wir das ungefähr in diesem Bereich für die nächsten 30 Jahre schon sagen, dass sie 20% ihrer Anbaufläche vielleicht verlieren wird. Das ist eine grobe Schätzung und das ist noch nicht gesichert, aber es ist leider nicht unrealistisch. Und das Problem ist nicht, dass das Klima, was sich jetzt ändert, irgendwelche Werte erreichen wird, die es noch nie gegeben hat. Das ist vollkommen Wurst, ob das jetzt die Durchschnittstemperatur der Erde bei 14 Grad oder bei 20 Grad liegt. All diese Werte sind durchaus nicht schlimm. Es kann sich bei diesen Temperaturen ein Ökosystem entwickeln. Ein stabiles, ein tolles, mit toller Natur. Und das hat es auch alle schon gegeben. Was es aber noch nie gegeben hat, und das ist das Problem, und das, muss ich auch mal drastisch sagen, müssen manche Leute vielleicht wirklich mal in den Schädel kriegen, ist das Tempo, in dem das passiert. Und Basis eines jeden Ökosystems sind Pflanzen. Basis eines Waldökosystems, was das primäre Ökosystem Mitteleuropas ist, sind Bäume. Und Bäume reagieren nun mal nicht auf massive Klimaschwankungen in einer unglaublich kurzen Zeit aus Sicht eines Baumes. Wenn du 200 Jahre alt wirst und in 30 Jahren krempelt sich das Klima vollständig um, dann ist das zu schnell, um zu reagieren. Und das ist die große Bedrohung. Das ist nicht schön, aber das ist ein würdiges Schlusswort. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es ist lang geworden, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwelche wichtigen Details weglassen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was anderes erzählt, andere Aspekte auch in den Vordergrund gehoben, als ich das letztes Mal gemacht habe. Deswegen hat das Video auch viel Vorbereitung gebraucht, weil ich lange überlegt habe, was erzähle ich euch überhaupt. Soll ja auch keine Wiederholung vom letzten Jahr werden. Und ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ich wünsche trotz allem ein möglichst nasses 2020. Eine Sache vielleicht noch. Der Hauptaufreger, wenn ich letztes Jahr Radio gehört habe, 2019, war, wenn im Radio doch tatsächlich diese bescheuerten Moderatoren, die ich eigentlich normalerweise gerne mag, bei dem Wetterbericht sagen, Juhu, es wird sonnig. Uns verreckt die Ernte. Uns verreckt der Wald. Ein nicht mitdenkender Mensch freut sich über gutes Wetter. Ja? Nass werden ist nicht schön. Ja? Im Sommer nicht ins Freibad gehen können ist nicht schön. Aber das spielt sowas von überhaupt keine Rolle, wenn man darüber nachdenkt, welche Konsequenzen die Dürre 2018 gehabt hat. Nochmal, minus 16% Fichte in Sachsen-Anhalt. 16%. Ich will aber ins Freibad. Ich freue mich über schönes Wetter. Ah, herrlich. Endlich Sommer. Also, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und die Strafe wird kommen durch fehlenden Wald. Oder fehlende Nahrungsmittel. Weil die leiden genauso unter der Dürre. Ja? Aber jetzt ist gut. Jetzt haben wir genug geschimpft. Jetzt haben wir uns genug Sorgen gemacht. Jetzt hoffen wir auf 2020 ein möglichst feuchtes Jahr. Bisher ist es das. Bisher ist in Ordnung. Der Winter war in Ordnung. Der Winter bisher, ja, der ist ja noch nicht vorbei. Die Chancen, dass 2020 eher mild wird und weniger heiß stehen gut. Ja? Ich hatte letztes Jahr gesagt, muss nur eine Sache loswerden, aber dann haben wir es wirklich. Dass man nicht vorhersagen kann, ob es nochmal ein heißes Jahr gibt oder nicht. Jetzt ist es gekommen. Naja. Man kann auch dieses Jahr nicht vorhersagen, ob es nochmal heiß wird oder nicht. Nicht wirklich richtig. Nicht mit wissenschaftlicher Signifikanz. Trotzdem ist der Trend, dass der Jetstream, der für unser Wetter in Europa verantwortlich ist, massiv abnimmt. Nicht abnehmen wird, sondern abgenommen auch hat. Ist bereits passiert. Und der Jetstream bringt uns Wetter. Und er bringt uns vor allen Dingen auch Wolken. Und wenn der weniger bläst, dann kann ein heißes Luftpaket über Europa super lange da bleiben, weil es wird nicht weggepustet. Da kommt kein Wind, der es wegbläst. Da kommt kein Wind, der stattdessen Wolken bringt. Und das ist ein Trend, der weiterhin besteht. Und das wird, auch wenn man das noch nicht mit wissenschaftlicher Signifikanz sagen kann, langfristig sicherlich die Durre-Wahrscheinlichkeit im Sommer bei uns massiv erhöhen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass es 2020 ein Ausnahmejahr wird. Die wird es auch weiterhin immer mal wieder geben. Dass es nass wird. Weil wenn es das nicht wird, will ich gar nicht drüber nachdenken. Und das macht ihr jetzt am besten auch nicht. Und jetzt haben wir alle einen schönen Abend und trotzdem Spaß und freuen uns auf 2020, weil irgendwas Gutes wird schon bei rauskommen. Und... Naja. Wenn der Wald immer knapper wird, dann verdiene ich wahrscheinlich mehr Geld, weil die Leute hoffentlich nochmal mit mir in den Wald wollen, solange es den noch gibt. Also von Saar her... Oh, böse, böse Schlusswort. Gar nicht schön. Ich wünsche euch was. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ihr fühlt euch gut informiert. Gefallen kann man natürlich nicht sagen, aber... Jetzt aber wirklich. Tschüss. Lasst euch nicht betüxen. Auch nicht 2020. Macht's gut.